Soundcheck! F U 1 2 3 Nice Okay, das brauchen wir nicht zu hoch da Ja hallo, hallo, hallo So, da sind wir weiter Es geht direkt weiter mit Valheim Yeah Gestern haben wir aufgehört, die Insel zu erkunden, auf der wir gerade sind Das ist eine größere Mistlands-Insel Beziehungsweise in der Mitte könnte sich natürlich noch ein Berg in die Höhe ragen Oder könnte was anderes sein, aber Schauen wir mal So, sind wir drin Okay Ich bin angekommen Ich schreie ein bisschen rum, das ist sehr vernünftig Ich glaube, ich sollte den kleinen Bereich hier unten gleich scouten, wenn wir schon mal hier sind, oder? So, pass auf Wie sind wir denn aufgestellt? Wir sind gerade gestorben Ah, wir sind nicht ausgeruht Okay, wait, this is bad Nicht ausgeruht zu sein ist eigentlich bad Let's wait Let's just mal ändern S2 S2 Glaube, ja genau Ich habe da ein paar Materialien, die nicht teleportiert werden können So, dann habe ich hier Disteln Oder Disteln, Disteln, Disteln Disteln, 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 Werner Oh, da muss ich immer drauf denken Liston, Werner, Disteln Wie kommen wir da rein? Bufffood haben wir jetzt wieder keines mehr Okay, dann müssten wir auch was machen, weil Weil Just while Just while Wollen wir auf jeden Fall ein Salada Einen Uno Salada Uno Salada would be guter Ungekochte Fleischplatte Ungekochte Fleischplatte Wollen wir noch Loksfleisch Und Zucherfleisch Das Ding ist Hasenfleisch wird uns jetzt bald ausgehen Glaube ich Da haben wir nicht mehr so viel Hier muss irgendwo Ja Da ist es Das Loksfleisch Zucherfleisch Zum Saufüttern Ein bisschen Hasenfleisch Ähm Ja So Zwölf Das heißt Ich brauche dann noch eine Fleischplatte Noch eine Fleischplatte Moin, also League of Legends Ist erstmal durch Nur Hure Echt Hä? Hast gerade wieder League gespielt oder was? Hast du heute wieder League gespielt? Noch die Fräse bekommen? Oder was geht? Ah Fusion Du darfst nicht immer die Nerven wegschmeißen Du darfst einfach die Nerven nicht wegschmeißen Hab gerade zwei Games gemacht Ja Okay Wie waren die Games? Die dürften ja anscheinend nicht so gut gewesen sein Ach Fusion Du machst mir Sorgen Ja Ja League League Äh Gibt es Und League nimmt es Geh Good old League Will das Wie well Das liebe League Nimmt es Und Da gibt es Und nimmt es Geh So Ich brauche Zwivelle Ich brauche Protein Wolle ich Erstmal Platz hier Damit ich Ich mir noch Einen Salat machen kann So Also das wird jetzt dann gleich mal weggenascht Gell Oh ja Noch ein Huhn Äh Und was haben wir noch immer gemacht? Wait Irgendwas haben wir noch gemacht Ah ja Hühnerfleisch Habe ich jetzt gerade keines da Genau den Nebelhasen haben wir gemacht Den Nebelhasen Ich brauche da eigentlich schnell ein Hühnchen Erstes Game Das klingt ja Das klingt ja Spielbar Würde ich sagen It sounds playable Ja die wachsen Da geht das weiter Das passt Game 2 Meine Kate war Top Lane Haben Lane gewonnen Wurden gecampt Alles gut Top Liner und Mitleiner stehen 06 Ja Moiner 1v5 Der hatte 52 Stacks In 14 Minuten Und der Jungler Und der Jungler Bail smited Gegen einen Swain Oh Ja Ja Da fängt ja der Tag schon mal gut an Oder Ich verstehe kein Wort Moin Seas Necrobob Ja das ist Leak Leak muss man nicht verstehen Leak muss man lieben und hassen zugleich Da geht nichts anderes Da gibt es nichts dazwischen Entweder lieben oder hassen Beides Eigentlich immer beides Du machst immer beides Jetzt hat das Problem Ich habe kein Hasenfleisch mehr Ja Ja Ich habe kein Hasenfleisch mehr Ich habe nur noch sieben Stück Warte mal Ich glaube in der einen Kiste Ist auch noch was drin Necro Das ist besser für die Nerven Wenn du Leak nicht kennst Ja True True Beziehungsweise Da habe ich noch einen Hasenfleisch Wenn man liegt nicht so Ja Wenn man es nicht spielt Wenn man es nicht mal mit dem Arsch anschaut Ich glaube gesünder Ja Ja Ich habe Keinen Hasen mehr Meine Ordnung ist zum Kotzen Da muss ich mal was machen Aber gut Das sage ich schon seit Gefühlt der ersten Folge Ungekochter Nebelhase Acht Stück Jetzt ist es nicht bad Machen wir Die Zwiebelsuppe war Crab Ich könnte aber als Filler Könnte ich noch Brot hernehmen Aber gut Wir müssten mal Hasen jagen Ich könnte auch eine Loks-Pastete machen Spricht eigentlich nichts dagegen als Filler Als Phil-Bafoot Die ungepackene Loks-Pastete Apart Ist jetzt nicht so bad Die Streetcrack Nur kostenlos und schlechter für die Nerven Oh ja League of Legends Legends never die They become part of you Can you hear them screaming out your name Legends never die Haben wir da keine Molto-Bären da? Ich glaube Ich glaube das nächste was wir mal machen Das ist eine vernünftige Küche bauen Weil es geht ja auch keine Kuh hat mehr Was geht ja mal überhaupt nicht Molto-Bären Achso Fuck Boah Schwein gehabt Das wäre beinahe verbannt Da wäre ich traurig gewesen Äh 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 Jetzt habe ich vier Stück reingepackt Das heißt ich muss noch eins machen So Das kommt da rein Die kommen da rein Das kommt draußen rein Auch da rein Okay Ja Let them cook Erfusion Aber gestern hat es doch Spaß gemacht Oder? Jetzt komm Das war doch lustig Oder? So Jetzt warten wir noch bis das Essen fertig ist Da Gegen Ende Ja Aber warum bist du immer so schnell Tilted von League Klar kann man mal Tilted sein Oder halt Wütend sein Aber da muss man sich halt wieder fangen Und neu sortieren Was ist los Min Jung Was bringt dich da so aus der Fassung Ich hätte echt nicht übel Lust Die ganzen Sachen zu schrotten Rein in Tors Dings da Und Abfahrt So Gut Wir haben jetzt wieder Buffboot Für den Run Mehr oder weniger Jetzt wollte ich die da verbrauchen Jetzt haben wir da acht Stück Also haben wir acht Stück Die Loxpastete Alles klar Okay Wir essen das Ganze immer mit Salat So am schlauesten Ja Passt Schauen wir noch mal zu unserer Zu unserer Wurzel Wir haben ja jetzt zwei So Saugstutzen Die werden wir auf jeden Fall Dann jetzt erstmal nach Hause bringen Zumindest Vielleicht scouten wir die Insel einfach fertig Wir haben noch ziemlich viel Platz Also von dem her Denke ich ein bisschen Scouty Scout Macht einen Unter Oder wäre nicht schlecht Scouty Scout Okay Scouty Scouty So Dann gucken wir mal Sieben Stück Hätte Das heißt noch drei Oder so Da war ein Siegelbrecher Okay Nächste was wir machen werden Ist Ja gut Im Prinzip brauchen wir Brauchen wir eh alles auf einmal Sonst kannst du ja nicht switchen Das heißt du musst auf Eitry Gehen Auf Eitry Und auf Zviren Bis zum geht nicht mehr Wie dann Ja Schauen wir mal Okay Wie schaut's da aus Schon wieder Okay Schon wieder leer Scheiße Die Wurzel ist fucking Ausgetrocknet Gut wir haben jetzt fünf Stück Jetzt können wir sie ohne weiteres mal voll werden lassen Das passt Ähm Da haben wir noch fünf Federn Federn bekommen wir auch Habe ich mein Messer weggeworfen Habe ich mein Metzgermesser weggeworfen Ich glaube ja Oder War das so wütend Weil meine Schweine gestorben sind Dass ich es einfach weggeschmissen habe Oder kann es sein I believe Oh no Nice Es kommt nämlich rüber zu den Chickens Auf jeden Fall Ähm Gut Wir brauchen sehr viel Zwiren Wir haben sehr viel Zwiren Wir haben Buff Food für den Tag Wir haben Stränke Wir haben die Waffen Wir sind eigentlich good to go Okay Ich muss noch mal ganz schnell ARK Bin aber gleich wieder hier Und dann geht es weiter mit dem Scouten Das sind die ganze Nacht Ich bin gerade mit dem Ich bin gerade mit dem Und dann geht es weiter mit dem Ich bin gerade mit dem Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Gut, ähm... Fleischplatte... Kann man ohne weiteres dazu genießen. Kann man noch eine Runde pennen. Was ist von einem mächtigen Bär? Okay, überhaupt nicht. Oh, Leston Werner. Leston, 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 Leston Werner. So... So... Wir gehen mal die ganze Sache an hier. Oh no. Okay, das sind wir gerade bei den Zwergen. Brauzwerge. Ne, überhaupt nichts, so wie es gehört. Ich glaube, so eine Hasen-Up-Farm-Farm. Up-Farm-Farm wäre ganz cool. Oder halt einfach so, ähm... So Zwergen-Pähle aufbaust. So die Dornen, da wo sie reinlaufen können und instant sterben. Das wäre ganz praktisch, glaube ich. So, da haben wir eine Zwergen-Laterne. Warte, ist da irgendwas? Nö, ist nur die Laterne. So, unten haben wir auch nix. Okay, es wäre ganz cool, wenn wir eben noch einen, so einen Zwergen-Stutzen-Saug-Stutzen finden. Dvrgrl-Extrahierer. So einen Dvrgrl. Beziehungsweise einen Dungeon nehme ich auch, weil schwarze Kerne kann man auch nie genug haben. Immer wieder geil, speziell, wenn ich jetzt sage, ich will da nur eine Base bauen oder so. Klar kann ich da die alten abreißen, aber ja. Damit das Ganze hier nicht so leer ausschaut, wenn wir ein paar Sachen markieren. Sonst stelle ich mir immer wieder die... Uh, was ist das? Das ist ein Dungeon. Schaut eher nur nach einem normalen Turm aus, was? Das ist nur ein stinknormaler Turm. Ja, nix besonderes, so bescheint. Vroom. 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 Weil ich hier jetzt irgendwas vergraben. Heute wieder die Wünschloh, dann könnte ich das aus... Scout noch, ob da irgendwas ist. Schaut nicht so aus. Ne. Okay, damit wir noch ein bisschen was von Iqvir haben. Oder Iqvir. Iqdir. Hier mal jetzt einfach weiter scouten. Ja, das war Absicht. Der Chef ist jetzt... Die Chef ist jetzt irgendwo, wenn ich da sonst mache. Ich bin hier jemanden, damit wir jetzt... Dein Ausdauertränk mal wegkommen, die nervt mich ehrlich gesagt. Ah, das sind ein paar Suche. Natürlich greife ich mir immer zugleich an. Naja, schlag ich. Zu zweit ist nervig. Ja. Oh, Hasen. Nice. Da muss ich mehr jagen von den Dingern, das nützt nix. Raiktyr ist jetzt abgelaufen. Raiktyr. Super. Hase. Oh. Wir sind beinahe den Zwergen in die Fresse geschossen. There you go. Muss nicht nass werden, denn die Buff brauchen wir nicht. Hier ist der Sumpf. Da, 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 da. Ich würde halt so schön Hasen jagen, wenn da, ah shit, wenn da nicht so viel Nebel wäre. Das ganze mit Fackeln ausleuchten, das ist halt auch, ja. Die Wurzeln kennst du eigentlich nicht. Habe ich bis jetzt noch nie getan, fange ich jetzt auch nicht an. Sonst wirst du da ewig nicht fertig. Ich hoffe eben noch immer, dass zuhause noch ein, zwei Wurzeln sind, die wir anzapfen können. Dann ist das gut bezahlt. Ich werde auf jeden Fall wieder suchen. Oh, komm her. Was? Decke. Uh, das heißt, hier sind, hier ist vielleicht Gewebe. Hier ist vielleicht Gehirnwasser. Weichgewebe. Keine Idee. Ah, wieder ein Felsen drin. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. So. Wunderbar. Ah, aber Vollgas im Felsen drin. Wir gehen von oben rein diesmal. Hier, da feiert irgendwo Zwerge. Das macht Hoffnung, dass vielleicht nur ein Turm in der Nähe ist. Vielleicht finden wir da noch einen Saugstutzen, das wäre wunderbar. Was ist mit dem Skill los? Äh, 43 erst, wow. Also über Weichgewebe brauche ich mich nicht beschweren, da haben wir ziemlich viel. Das einzige, wo es jetzt noch eben happert, das ist die Eitre Produktion, also sprich die Wurzeln an Zapfen, da fehlt es noch. Aber das kriegen wir auch noch gefixt. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Saugstutzen, die werden wir dann eben schauen. Vielleicht haben wir Luck, vielleicht ist da noch hier irgendwo eine. Und dann geht die Party ab. Stein kann man auch mit nach Hause nehmen. Schadet nicht. Schadet nicht. Schadet nicht. Ach, also blöder hätte der Kopf doch nicht einbetoniert werden können, oder? viel blöder wäre es nicht mehr gegangen. Normalerweise ist es so, du brauchst nur unten reingehen und den unteren Bereich des Gehirns zerstören. Dann bricht der obere Bereich zusammen. Aber hier hast du halt einfach wieder das Problem, dass der Felsen, der was da rein ragt, der hält das Weichgewebe. Das heißt, es bricht nicht zusammen und das ist scheiße. Jetzt können wir eben von oben rein. Dauert bei weitem länger. Aber so schauen wir halt, dass wir den ganzen Felsen zerstören, damit wir möglichst das gesamte Weichgewebe rausbekommen aus dem Kopf. Ist lästig, aber ja. Was tut man nicht alles für ein bisschen Gehirn, was? Bis zum nächsten Mal. will ich meinen ausgeruht buff leer das ist scheiße gehirn ok Eeeeeeer Es ist jetzt alles komplett überfüllt hier. Was sind wir denn? Mal kurz das Messer rüber. The knife. The knife has come. Schatz aus darin, chickens. Schon wieder geschlüpft. Wieder ein neues Ei, passt. Genehmigt. We need more eggs. Do your duty. Vielleicht müssen wir den Stall sogar irgendwann mal vergrößern. Da machen wir einen zweiten mehr oder weniger dazu. Damit wir ein paar Hennen haben, die was nur Eier legen. Und die anderen die was sich halt reproduzieren, um sie zu schlachten. Ja. Jetzt warten wir noch. Normalerweise sollten wir ein Ei legen, ein zusätzliches. Und es ist immer so, dass mir kommt vor, die Aktion muss vonstatten gegangen sein. Sprich, wenn das Ei jetzt gelegt wird, dann startet der Countdown. Also dann zählt es runter. Dann wird es quasi gebrütet. Wenn du es einmal quasi registriert hast. Wenn ich jetzt weg bin, dann legen sie keine Eier. Das heißt, wir gehen her. Warten, bis die Eier gelegt sind. Können weggehen. In der Zeit werden sie ausgebrütet. Kommen retour. Das Ei schlüpft. Sobald das Küken da ist, läuft der Timer wieder. Wir können wieder abhauen. Und dann läuft es weiter. Wenn du sie einfach nur so irgendwo auf der Map lässt und das quasi nicht gerendert ist, dann geht nichts weiter. Deswegen ist es so gut, dass man sie in der Hauptbase hat. Weil in der Hauptbase, da bist du halt öfters. Und dementsprechend geht es immer passiv weiter. Also werden wir vielleicht einen Stall in unserer Hauptbasis machen. Wäre glaube ich gar nicht mal so unsmart. Na gut, wir müssen auch öfters her für das Feld. Aber das ist eher nicht so oft der Fall, wie dass wir in die Base müssen. Wo ist der Goblin, der was der längere Zeit rumgeschrien hat? Das ist eine coole Insel, oder? Das ist schon ein schönes Game. Ich meine, auch wenn die Grafik jetzt natürlich nicht optimal ist, aber es ist trotzdem ein schönes Game. Ich meine, ich finde die Grafik sympathisch. Sympathisch. So wie es ist. Muss ich auch dazu sagen. So. Und eben das gleiche auch, wenn das Huhn dann quasi erwachsen ist, gehst du kurz rüber, dann startet der Timer, wann das Ei gelegt wird. Du gehst drüber, das Ei wird gelegt, bla 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 bla. Ich glaube, man versteht, was ich damit sagen will. Oder was ich damit meine. Und wenn nicht, Packard. So. Wir brauchen wieder Gehirn. So. 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 Und jetzt? So. 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 BAM Was ist das? Was ist dein Problem? Ja, ultra lästig. Das ist ultra lästig, dass das Gehirn da in Stein drin ist. Meine gut, wir trainieren Spitzhack damit. Ist ja auch was wert. Mal schauen, dass wir es hier frei bekommen. Wenn wir den ganzen Stein mal weg haben, dann bricht es eben schneller zusammen. Um... ... 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 되는 ... ... ... ... ... ... Jetzt ist es, Bro. Der war nix. Maybe next time. Jetzt war der Jute noch runterknallen. Ah, mit dem Feuerball wäre das alles viel einfacher. Ach, ich kann nicht runterschießen oder was? Ah. Festing. Jetzt wird mal hier rausgeworfen. Meine, die blaue Jute ist jetzt zwar nicht unbedingt wichtig, aber ich hätte sie ja trotzdem ganz gerne, gell? Wie kriege ich die da runter? Ja. Im Idealfall habe ich Feuerball dabei. Feuerball ist halt noch nicht vorhanden. Sollen wir das anders? Nehmen wir das mit? Ein flammierter Maler? Ja. Richtig zum Anbeißen, was? Richtig schön zum Anbeißen. Oder alles abreißen. Ja, aber das dauert dann wieder so lange. Höstlicher Miet. Was macht das? Aus der Regeneration. Okay. Kann mal schauen, wie schnell es hier geht, die Dings einzureißen. Die Wände hier. Aber ich glaube, das braucht lange. Okay, das sind große, das sind lange Wände. Da sind wir schon eine Weile dabei, gell? Da wäre der Hammer jetzt natürlich cool. Der Zweihandhammer, der starke. Das würde... Warte mal. Habe ich Eisen dabei? Ne. Das würde schon gehen, gell? Ich brauche da nur freimachen rundum und dann mit dem... Ja, komm, reißen wir es nieder. Reißen wir den Turm ein. Schaut, dass es nicht mit dem Bauhammer geht. Ja, es geht schon. Wenn ich den Steinmetz dabei hätte, also sprich zwei Eisen, würde ich brauchen. Dann geht's. Dann kann ich hier einen Steinmetz aufbauen und dann ist, ja... GG. So dauert der Shit halt ewig, gell? Ich kann die Ausdauerregeneration ein bisschen verbessern. Ich könnte zusätzlich ein Lagerfeuer aufstellen, damit die Ausdauer schneller regeneriert wird. Und worum war es das jetzt nicht so? Du hast doch immer so viel auf Lager, weil man Eisen oder halt generell Erze und Eisen oder halt Waren nicht teleportieren kann. Weil das Spiel sonst zu einfach wäre. Man kann das nicht teleportieren. Wer war schuld, dass du nicht eingestellt hast? Ja, okay. Vanilla for the win. Ich schauke ihn. Bam, 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 damage. Heute ein bisschen Stein. Komm schon, da wird doch sicher was rausfallen, oder? Jawohl. Und dann sind wir ruhend, dann haben wir wenigstens eine erhöhte Ausdauerregeneration. Wir machen die Ausdauerregeneration. Der rohen Buff gibt eben nochmal zusätzlich Live Regeneration und Ausdauer Regeneration aber dazu brauchst du einen Unterschlumpf und da wir in einem Unterschlupf sind, ist es ganz praktisch so. Zwischendurch müssen wir auf jeden Fall die Axt wieder reparieren. Die Hälfte haben wir schon. Leider gut ist aus den Fenstern, aus den Fenstern und aus den anderen Sachen bekommst du halt nur Kupferbarren raus. Wenn es Eisenbarren wären, dann wäre es natürlich geil. Kannst du einbrechen, please? Holy crap. Meine gut, wir bekommen einen Haufen Materialien, also was so ist, gell? Dresselholz, Marmor, den ganzen guten Shit. Da ... Sauber ... Ja ... Untertitelung des ZDF, 2020 The axe is broken Huh Was ist da oben drin? Marmor? Ah ja, schauen Riedelholz, normales Holz, Jute, Gallebeutel Gold, Bärte Drei Surtlingkernen Ja, passt, genehmigt Ehrlich gesagt kann ich das da reinpacken Was kommt da rein? Danke, ist fein Können wir nochmal kurz zu den Chickens Vielleicht legen die Eier, dann können wir eine Runde schlafen, da geht das ein bisschen schneller Zusätzlich kann ich den Extrahierer, also den Harz nochmal abfarmen So, wir wissen, wir machen diese Türseite nicht mehr auf Okay, das sind drei Küken Was? Was? Anscheinend haben sie letztens noch Eier gelegt Back Holz ist noch genug drin Wieder ein Ei gelegt Nice Jetzt haben wir die Goblins da wieder killen Oh, das sind besser, oder? Nein, das sind nur vier Stück Was machst du da? Die kommen runter Die kommen runter Die kommen runter Die kommen runter Wohin gesniped Wäre cool, es so einen richtig großen Watchtower zu bauen Würde gut herpassen Oh, das hat jetzt erstmal keine Relevanz So Was zum In der Nacht respawnen die Dinger wahnsinnig schnell Ich meine, ziemlich cool Und bedenke ich, dass man anständig Schwarzmetall farmen kann Das heißt, ich brauche da nur mal eine Runde drehen Mit dem Schiff Das Ganze wieder abfarmen Ist auch ganz nice Oh lol, ich kann hier drüber springen Okay Zwei Eier Drei Eier Eins geht noch, oder? Komm Be some good chickens Gibt es mal weg da Tschüss, wieder ein paar so Bastarde Okay Dann wollen wir das klein heizen Dann können wir noch die restliche Nacht pennen Bisschen Time Skip Es ist komplett egal, ob es regnet oder nicht Weil wir haben drüben sowieso ein Lagerfeuer Dann sollen wir da instant Rocken So Achso, jetzt war ich nicht bei Ja egal, die Wurzel kann sich da erholen Bei Extrahierer war ich jetzt nicht Ich werde dann die Geweihspitsacken holen Um alles ein bisschen auszugraben Weiter geht's Es ist nicht mehr viel da Also von dem her Fast schon Schafft man noch Die letzten paar Brocken da Schauen, dass keine Erde dazwischen ist Weil sonst wird der Schlag ein bisschen abgedämpft Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Du, 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 die letzten paar Verswinde Müssen zerstört werden Ich glaube, das ist ein bisschen Erde, was wir ausgraben müssen Da werde ich jetzt nicht unbedingt die Geweihspitzhaken holen Das machen wir einfach so Vor allem, wir haben hier noch einen Unterschlupf Das heißt, Ausdauerregeneration ist eh kein Problem Das dauert halt natürlich wieder eine Stunde, bis alles eingebrochen ist Wobei, letztens war ja nur der Stein, der noch gehalten hat Schauen, es sollte schneller gehen als letztens Okay 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 Okay. Nice. Okay. Dreier-Komboi stärker. Waffe ist jetzt leider leer. Den wollen wir nochmal holen. Mal ordentlich Buff-Boot tanken. Das ist Phil. Die Axt-Haltbarkeit sollte bei weitem reichen. Das passt schon. Da brauchen wir uns nichts antun. So. Wow. Der hat einen ordentlichen Live-Pool. Okay. Der dritte Schlag macht immer am meisten. Das heißt, man sollte schauen, dass man eine Dreier-Kombo rausbekommt. Nice. Nice. Das ist somarkets. So. Okay. So. Okay. So. So. Jetzt sollte er dann gleich ein grösserer Teil einbrechen anfangen. Baby? Oder vielleicht nicht. Ah. Ah. Jetzt sind wir. Klar haben wir da noch zwei Säulen, zwei, drei Säulen, aber was das so gut hält. Immer wieder verwunderlich, die Zwergenkonstruktion. Dann, 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 dann. So. Zwei noch, wenn ich's richtig sehe. So. 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 Aber jetzt lass knacken. Komm. So. 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 Bro. Würden Sie bitte einstürzen? Würden Sie bitte einstürzen? Das Holz und das Stein, das hält sich so gut ineinander, das ist echt pervers. Das Gute ist, Ixir ist wieder ready, das heißt wir können dann wieder ein bisschen besser scouten. Soll ich da Mist. Das ist alles nur wegen dem dämlichen Holz. Oh, ich hätte so gern Feuerball, dann ist die Sache in Nullkommanix erledigt. Da geht aber auch nix weiter, gell? Das ist einfach Siemens Lufthacke. Okay, fast. Okay. 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 Jetzt ist dieser Punkt. Oh boy. da sind vielleicht packt es einfach nur gerade und wenn wir durchs portal gehen und wieder zurück gehen dass es dann wieder funktioniert aber ja keine ahnung also ich sag mal normalerweise sollte es zusammenbrechen es gibt keinen ersichtlichen grund warum das noch hält mit juli mit juli no reason all right es hat einfach das holz holz und der stein die eben ineinander wenn du das holz wieder zerstören würdest dann bricht es natürlich zusammen aber da komme ich jetzt nicht mehr ran ein gut ich könnte mir eine leiter bauen wenn man noch machen warte wir könnten eine leiter bauen muss heute gleich die axt noch mal reparieren und noch mal ausruhen man einen kleinen absteher und extraktor noch mal zu den hühnern vielleicht legen hier noch mal ein ei beziehungsweise die küken schlüpfen dann kann man schlafen um die zeit zu skippen wenn es noch schneller geht mit den hühnern das ist auf 4 ok leuchten der uralten wurzel schwindet ja die braucht eine weile um sich zu erholen chickens beinahe die falsche tür aufgemacht dann wäre die wieder tot gewesen holy shit jawohl ein huhn ist ausgewachsen die sind leider noch nicht geschlüpft ja da kommt irgendwie nichts neues raus oder ja doch jawohl oder nee doch da wurde eins gelegt perfekt gut eine runde schlafen und dann noch mal das ganze mit leitern und decken elementen muss man das restliche zeug auch noch zum einsturz bringen weil das ist einfach nur ultra lästig dass ich da nicht an die blaue jute rankommen die ich eigentlich haben wollte da müssen wir sowieso schauen dann sind wir mit so viel metallschrott vollgestopft und auch den saugstutzen dass wir eigentlich fast nichts mehr tragen können das heißt wir müssen zu unserem schiff hoch und das mal alles abladen das schiff ist ja mehr so westlich von der ganzen insel und ja das hat noch immer keinen bock zum einstürzen ein skelettsurprise wunderbar wunderbar so so Untertitelung des ZDF, 2020 Komm Gut, ich arbeite hier, hau ab Wenn ich das schaffe zu zerstören, dann sollst du eigentlich gehen, oder? Die Scheiß will nicht Wenn wir da noch schauen, um ins Eck reinzukommen, sollte er heben oder halten, weil das verbunden ist Scheiße, ich treffe meine eigene Leiter, gell? Auch Gasvergiftung, let's go! Also... ... 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 Da ist eine Zecke, das heißt, entweder war hier vorher ein Gajal oder es ist irgendwo ein Weichgewebe. Ah. Wir haben ein Weichgewebe. Oder zumindest sollten wir das haben. Hey, Alektona, servus. Grüße dich. Wie geht's? Wo ist Klopper hier? Ist das rein? Da können wir von da rein gehen. Es sollte eigentlich passen, aber unsere Ausdauer ist leer, das heißt, wir werden uns den Ausgrutwaffe holen. Ja, und da ist noch eine Zwergenruine. Vielleicht haben die auch einen Stutzen oder sonst ist es eventuell eine Mine, was auch nicht so wert wäre. So, das heißt, das müssen wir eh mal hier zwischenlagern. Den Rest können wir nach Hause bringen. Danke, alles Bestens. Ja, das freut. Das freut einen doch. Was gibt's denn Neues? Was gibt's denn Neues bei dir? So wie das übliche, wir gehen zu den Chickens, um eventuell ein paar Eier zu forsen oder eben Bücken oder Hennen. Ja, 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 ah, wunderbar. Wunderbar, alles geschlüpft. Perfekt. Jetzt können wir wieder schlafen und ein bisschen Timeskippen, damit's eben noch flotter geht. Eventuell sollte ich draußen... Eventuell sollte ich draußen die Links töten. Und dann können Jüder in Ruhe Eier legen. bumm. Nix Neues, außer, dass es morgen nach Italien geht. Öy. Jetzt einen schönen Kurzerlauf angenehmen. Wo fahrts denn dann hin? Was ist eine Destination? Bro! Wait, 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 okay. Look at the... Okay, that's guilt. Yeah, that's guilt is here. Was ist das? jawohl wieder drei neue eier was wüssten wir das schleich zeich von agatha hau ab du scheiß huhn du es trägst mich an schwere geburt holy crap zwei tage nur liegen nahe mit der kleinen und mit der großen meiner bestie ja was nur du du und die kleinen oder was man wird wohl auch dabei sein oder der mann der männer okay gut jawohl nö ok ah so skelett surprise again juckt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht muss ich sagen wenn man ein times gibt ist wie läuft sin bei der arbeit immer ein haufen scheiß passagen oder so gut wir sint ausgeruht wir haben das am start wir haben das am start jetzt können wir des das weichgewebe klopfen die skelette wie gesagt die interessieren mich überhaupt nicht ja ja immer nur das gleiche immer zum ärgern sagt ja seid nicht so geil wir kriegen besuch also dass die höhenunterschiede dass die so ausschlaggebend sind zu katzen es scheint ein relativ einfach abzufarmen es zu sein zumindest hoffe ich halt dass nicht auf der anderen seite irgendwo wieder stein rein ragt aber schaut soweit ganz gut aus ja ein kleines gehirn oder sagen wir so ich wälze in der jobbörse also wie du das immer beschrieben hast mit der arbeit ist es ja absolutes scheiße aber gut was soll man machen ja ist halt so ach komm jetzt muss doch zusammenbrennen please du bist dir gefallen erlöse uns nein was da ein das da hey komm irgendwo wird es wohl hapern vielleicht nach vorne aber nicht so leicht mit den arbeitszeiten und kohle ja jetzt ist generell schwierig das passende zu finden aber es nützt halt nix oh der baum der baum hält es ja da kann ich wohl drauf umschlagen wenn ein baum reinragt weiß sogar ne gut ne gut always check the environment das ist das einzige was passt super ja nur wegen der kohle und der passenden arbeitszeiten ist schwierig gell wenn er nicht mehr rausschaut im sinne von dass es auch spaß macht oder zumindest angenehmer ist sofern arbeit angenehm sein kann ok ist es jetzt zusammengebrochen nein wir gehen hier nicht weg solange das gehirn nicht zusammengebrochen ist ja das war jetzt wieder smooth lecker was was gibt es bei dir neues eigentlich nichts läuft alles wie gehabt bin sehr zufrieden bin sehr zufrieden kann über nichts klagen arbeit läuft was der ist das halt alles so es lässt sich halt ziemlich einfach einteilen wenn man kein kind hat muss man halt ganz klar sagen von dem her wie gesagt wunschlos glücklich und auch keinen bock irgendwas zu ändern also perfekt für mich guten tag wie sie wünschen bolzen ins gesicht alles klar hammer hammer aber auch armbrustübungen schadet nicht oi kleine rate was soll es denn auch ändern wenn es für dich passt ja genau genau darum geht es was irgendwas ändern wenn es eh optimal läuft also halt so läuft wie man es sich halt wünscht genau darum geht es das ist eigentlich das was man was man haben will oder dass man sich so einrichtet dass das alles passt und da einfach nur in jeder richtung halt irgendwie was weiter bekommt sei es körperlich sei es finanziell sei es ja seelisch von mir aus i don't know alles was hat spaß macht alles was hat spaß macht alles was hat spaß macht tschüss so jetzt schauen wir uns nochmal die zwergen zwergen ding an und corinna keine ahnung werde ich nicht mehr mit mit der rede ich nicht mehr der scheiße was er davon sich gegeben hat interessiert mich überhaupt nicht so so Marmor 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 da ist er da ist der turm oder ist es eine mine ist jetzt die frage gell äh sind zwergen drin boah boah chill nur weil ich einmal aus versehen drauf geschlagen habe 2 14 bro 2 14 bro äh äh halbank 4 14 bis 1 und bis 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 die fernst 0 viel bis da habe ich wohl einiges verpasst ich anscheinend auch was meinst du mit ich anscheinend auch redet sie mit dir auch nicht oder was wäre halt korina na los hört man mich hört man mich gerade dass mein sound packt oder mich schon weil sie hier nicht mehr antrag hört man mich noch ja okay so die haben jetzt ziemlich einen reingebrezelt war klar ich habe doch wie kein kontakt mit ihr gehabt nur hier im chat und diese impulsiv verbrauchte ansonsten waren luft ja dann da ist ja egal ja habe ich so abgehackt okay also du redest mit die redet sind nicht oder wie der arbeit auch immer mir ist es ja wurscht mir ist es ja wurscht so war damals schauen dass wir unseren body wiederholen dann mal leichenlauf und dann können wir die zwerge den einstündigen arsch aufweisen so 1 Star ein wunder dass das für der mensch gemacht hat wird leichenlauf sei dank das muss ich blocken wenn es kann beziehungsweise deutschen die höhenunterschiede ich hatte es es okay jetzt haben wir das der eingang da die haben da wieder selber ihre ganze defense weggeballert die idioten so ist da noch ein fire mage drin ich meine gut wir haben ein fire resi trank drin also passt schon warum ist auf jeden fall weichgewebe ja und auch wieder einen saugstutzen also saugstutzen damals genug das stark aber noch fürs weichgewehr aber diesmal reißen wir den turm nicht ein okay weil vielleicht ein andermal wenn ich so eine runde drehe wir markieren das teil wir haben das was wir wollten jetzt hole ich noch den also zumindest erst markiert und dann wissen wir wo wir blaue jute bekommen falls wir sie tatsächlich brauchen so nämlich gut das geht sich nicht aus alles zu karen das heißt ich muss schon wieder den kleinen schrott nach hause bringen dann muss der extrem schlimm gewesen sein weil ihr kennt doch hier schon ewig ja ja habe sie auch mit den brand ist oder sonstiges wie sagen wir wie lange gibt ging das neue gestern noch mein kerl macht es um elf uhr aus weil ich eingepennt war ich habe noch bis fünf uhr in der früh gezockt also bis fünf uhr in der früh haben wir noch gespielt bis fünf uhr in der früh haben wir es uns noch gegeben eine kleine entspannte runde holy shit und das live on stream ja klar hier kann habe ich halt die camp dann ausgemacht weil ich halt komplett wie eine leiche ausgesehen habe aber sonst noch mal durchgezogen ja ansonsten habe ich durchgezogen also 15 stunden waren es oder so wobei man wobei man wahrscheinlich so 40 45 minuten abrechnen kann weil da fusion ständig gar nicht rauchen gegangen ist ich liebe fusion scroll und happy na der baucht die runde der fusion ach doch so viel zum abziehen war klar er war immer so zirka sagen wir im schnitt sieben minuten weg weißt du wie das mit den rauhabhausen ist ach ja da ist auch eine wurzel jetzt wollen wir mal schön scouti scouti machen ok nice du bist dafür kaffee und trinken holen gegangen ja aber das dauert eine minute wie verkraftest du das nur das mit zocken ja ich sag's doch mal ist das halt mein lifestyle ich habe als sonst mein gutes trainieren aber wenn ich trainiere dann bin ich halt eben müde das fakt da geht dann eh nichts mehr oder weniger sagen wir so und dementsprechend ja mein lifestyle ist darauf ausgelegt sage ich mal und da ich sonst nichts habe was irgendwie energie von mir zieht kann ich da ganz gut all in gehen ne die rauhabhausen achso achso das meinst du ja ist nervig ist schon nervig wenn du da quasi sieben minuten rumsitzt und nichts machen kannst weil du darauf warten musst bis er wieder da ist um zu queuen aber gut passt schon confusion kann man das machen aber trotzdem ziehe ich ihn damit auf und jetzt haben wir vier von den saugstutzen das ist komplett geil aber denke ich hatte auch so phasen zehn stunden und mehr am stück zocken wo ich zeitlich konnte und gesund leckte aber das war einmal ja die rauhabhaus sind gut da kann also schadet man keinen ich warte auf das nächste rip dann ziehe ich dich wieder auf hahaha das nächste rip kannst aber lange warten hier der letzte ist nämlich absolute profi arbeit missplans durch forsten strategie oder war dingsbums ja genau so nämlich das ist eine brücke das ist eine bridge brücke haben eisenteile also sehr wichtig die zu markieren falls sie irgendwo mal eisen braucht auf die schnelle es sind sogar schon fertige barren das heißt ihr braucht es gar nicht einschmelzen voll stark voll strong meine lieben seid ihr später noch da muss kurz unter die dusche er nimmt uns mit hallo hallo nimmst du es halt einfach mit unter die dusche wird ein problem sein oder dass der einen stream anwerfen wofür gefürchte er ist in ein paar stunden und du kannst noch eine halbe stunde oder die dusche der liebte duschbrause okay ganz ruhig jetzt geht's jetzt wird schon wieder versaut hier was oh wo laufen ich hin shit achso das ist überhaupt so ah ok 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 ich dachte das wäre vielleicht so rüber nee es ist ein bisschen schade dass das geteilt ist aber i guess es gibt schlimmeres der ausdauertrank und x4 laufen jetzt leider gottes aus müssen uns ein bisschen rüber kämpfen zu unserem schiff und wenn wir auf ausdauer warten sind wir nass auch noch jetzt nicht optimal der bohr ist eigentlich auch nicht optimal aber also die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leg mal ein paar Eier hier Der Rest muss auswachsen Ich geh mal bei mir um die Buddies da draußen öppala ich dachte der geht weiter optimaler schuss ja der bush hat ihn gerettet ja komm herr keine ahnung schwierig oder zum beispiel hat mich jetzt nur mit der fackel geschlagen und ich bin halbtot sie haben dich aufgespürt gut let's go komm du und ich gegen die welt bro hey kommt mal hier hier wurde nicht gestagert könnt ihr bitte runter kommen die macht mir angst ihr kriegt meine hühner nicht ein bisschen armbrust trainieren hey alter da mehr ausdauer gelie ja 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 das machen wir jetzt ein bisschen steiler damit die nicht die ganze zeit darauf laufen weil das nervt mich die chickens müssen protected werden auf jeden fall haben sie spaß wie man hört gut gut genau Untertitelung des ZDF, 2021 ok also ich möchte wirklich nur dass der tagt möglichst sicher ist schaut jetzt natürlich scheiß aus hoch 10 aber wo gibt's a fuck mit goblins zumindest nicht mehr darauf laufen währenddessen sollten die hühner wenn sie eier legen hätten wollen haben sie gelegt okay Untertitelung des ZDF, 2020 Machen wir das noch, damit es halbwegs gleich ausschaut Ich gehe das immer ein bisschen tiefer, aber mein Gott Ja Sollten sie da eigentlich nicht mehr joinen können oder nicht mehr rein können Oder aufkennen, so würde ich sagen Hey Werden das kaputt gemacht? Ich wollte nichts sagen, da war jetzt irgendwer drin Und hat da Hühner geschlachtet Nö Uh, ein Haufen Eier Das heißt, ein Haufen Biha wieder Zusätzlich Hey Deckel drauf Zahn rein Äh Das kommt auch erstmal da rein Das passt schon Ja Nice Das war ja intens Das Gute ist, in der Zeit erholt sich natürlich unsere Wurzel, die wir der Zeit anzapfen Immer mehr und mehr Das heißt, wir bekommen da wieder ordentlich, äh, Dings raus Ordentlich Saft Äh Ich habe da nicht irgendwo Goblin-Trophäen inzwischen geparkt Achso, habe ich hier schon Fast schon Ist hier schon weg Hoppala Gut Sind wir ganz kurz auf dem WC Ah, der Kaffee treibt Bis dann Kein Amen. ... ... ... ... Optimal ... Waffwood rein. auch rein ich führe ist auch der rei optimal und dann noch einen kurzen abstecher zur wurzel weil es sollte eigentlich wieder voll sein schon ein schönes fleckchen her und jawohl also der ist gefährlich da unten wir sollten uns mal mit denen unterhalten so 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 all right wenn ich den umhang anverhalten hätte dann wäre ich sowas von tot gewesen service form wäre gut wenn da noch eins wäre dann könnte ich da wieder auf eine gerade zahl kommen bei den ihr wisst ja dass ich da auf gerade zahlen ein bisschen stehe ich glaube das warten wir noch ab sollte relativ flott angezapft sein bis 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 Hier geht's. Nice. Da passt das wieder. Was ist denn da? Da ist kompletter Stillstand oder was? Ah. Na ja. Alright. Ich krieg sie hier rein und abwart. Die Saugstützen habe ich, das andere habe ich, alles gut. Wir haben das ganze wichtige Zeug. Da unten wäre ein Hase gewesen. Da haben wir noch einen Turm. Da unten wäre ich mal ein Hase gewesen. Da unten wäre es ein Hase gewesen. Da unten wäre es ein Hase gewesen. Und das war auch, das war ein Hase gewesen. Wir haben da unten ein Hase gewesen. Genau. Das war's für heute. Der hat's hingelaufen. Da ist er. Okay, die zerstören da wieder alles drin, das passt. Einen haben wir. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir nehmen die halbe Bude auseinander. Der One-Star ist halt stark, gell? Das war's für heute. Okay. Den zweiten Schuss habe ich nicht mehr gedodged bekommen. Kein Magier sollte da drinnen noch leben. Wir warten kurz mal auf ein bisschen Life. Ein Wasser bringt es nichts, den Hasen zu töten, weil es sauft sozusagen sofort ab. Okay, der hat da alles wegrandaliert, was irgendwie möglich war. Geiler Typ. Wir nehmen die Surtlenkerne wieder mit. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier noch haben. Oh! Niemand mehr. Sie hat da einfach alles deleted. Alles gut. Umm. Ich bin commence matar, ich bin nicht. Gideur, ne? sag mal 5 5 saugstutzen holy shit 5 saugstutzen kann sich sehen lassen packen wir da rein man ist so stehen lassen markieren wir falls wir da blaue jute brauchen beziehungsweise andere leider ist ickthir ausgelaufen aber gut wir haben noch einen saugstutzen wird es dann langsam kindisch oh das ist ein großer jeder hase will das erobern darin da tot herz ist a tuto tot amore Schönes passives Einkommen von Surglingkerne. Oh, 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 oh. So, in One Star ist niemals zum unterschätzen. Komm einfach auf lieber, sag ja mal lieber auch noch mal, sie hast du. Ja, viel Spaß und bist jetzt glücklich, ja, hast du zerstört, ist ein guter Käfer, bist ein toter Käfer, so, eisviech, ein Bolz noch, ok, 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 da wurden Hasen gekillt, alles gut. Ja, dann gehen wir unten weiter, beziehungsweise der ausgeruht Buff würde auch wieder anstehen. Holen wir uns jetzt noch kurz. Was? 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 Diesmal gehen wir nicht zu den Hühnern, wobei, einen Tag anbrechen lassen und dann mal rüberschauen. Da sollte wieder einiges weitergehen. Wenn der Tag angebrochen ist, dann sind da natürlich keine Enemies draußen. Da brauchen wir uns um nichts kümmern. Keine Gegners. Jawohl. Boah. Das kannst du dich sehen lassen hier. Die werden sich langsam stapeln. Und dann eingelegt. Der Hühnerstall ist bald zu klein. Ich habe keine Bolzen mehr. Das ist eigentlich Troll ohne Bolzen, gell? B, dann habe ich halt leider auch nirgends mehr. Okay, dann habe ich nur noch sechs Stück. Na ja, gut. Sechzig Stück. Besser ist nix. Da können wir uns wenigstens gegen die... gegen die Gjarl verteidigen. So. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. So. Soll der Berg steigen. So. Soll der Berg steigen. So. 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 Wie spielen wir von da an. Oh. Sind da gar keine Sucher? Was? Mal haben wir uns jetzt hinterher mal so drei bis vier Stück Sucher vor da draußen. Die wollte ich jetzt eigentlich weg snipen, aber ja. Oh. Ding, das. Ah ja, es sind drei Stück. Scheiße, hat mich gesehen. Okay. 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 Den Fisch zu holen, das wäre eigentlich ziemlich gut, oder? Weil der scheint mir selten zu sein, oder? Ich meine, ich kehre mir mit dem Fischerzeug nicht aus. Aber ich glaube, den zu holen wäre schlau. Allee, das ist kompletter Int. Bisch und Brot ungekocht, Seeteufel. Okay. Neues Rezept. Wollen wir schnell kochen gehen? Ich würde mich interessieren, was das kann. Seine ist voll stark. Ich bin neugierig, ich muss kochen gehen. Okay. Let me cook. Mmh. Sehr gut. Essen ist auch fertig. Stark. Was brauchen wir denn für einen Seeteufel da? Boah, Fisch. Nein. Brotteig. Alles klar. Da muss man aufpassen, dass man es nicht pelletiert, weil sonst ist ja Arsch. Dann tun wir das. Dann machen das. So Fischzeug ist normalerweise immer recht stark. Ich bin gespannt. Lieber mal hier bleiben, nicht dass es verbrennt. Aber das ist wahrscheinlich auchTINlic. würde das bau gehen will. Dann weg haben wir das. Naots Sand cellen auf, Dort geht es wohl einfach 1900 bis 40 Minuten. Aber ich würde mich für ob wir die Musik vulgo, Da war es ja nicht. Ich sage noch mal das Wasser. Aber du hast gerne Goingen über das Fenậuver Fisch und Chips Ich denke das soll Fisch und Chips heißen 90 Ausdauer, 30 Minuten lang Wow Okay Okay, das ist die gute Sache 3 HP per Tick Was zahlt sie aus? Ja nett Jetzt haben wir da einen Fisch gekocht Und dementsprechend ist das glaube ich Jetzt ein guter Ansatz Um mal essen zu gehen Weil das Essen ist fertig Dementsprechend gibt es jetzt dann eine Pause Ich glaube die Dusche hat einen Großen Ablauf Alektona ist irgendwie weggeschwommen Ja, kann sein Bei uns gibt es irgendwas mit Hirsch Irgendwas mit Hirsch und Keine Ahnung Irgendwas Gutes halt Dementsprechend Ich bin kurz was essen Sollte aber nicht lange dauern Vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde oder was Und dann geht es weiter Vitamine Bis gleich Sollte aber Schöne clothes Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir werden jetzt das zuhafleisch die banzer reinpacken und dann werden wir uns die mine anschauen langsam essen das wieder kühler ist freue ich mich auf hase das den hasen kochen das ist geil lassen zu kochen ist cool das zeug kann man ohne weiteres hier draußen liegen lassen normalerweise das kamera ein problem ist ich habe jetzt natürlich keinen knochenwands dabei das ist scheiße wir werden sehen jeden fall schon mal ein soldat hier das crap kleine zecke hier schon mal nicht viel ich glaube das wird eine schnelle eine schnelle mine ich glaube da wird überhaupt nichts drin sein na gut schätze wir werden sehen da sind big boy und zuha da 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 Okay. Scheiße. Komm mal hier rein, bessere Kampfposition. Okay. Soldat down. Schlüsselfragment. Oder Siegelbrecherfragment, so. Hier ist nischt. Die Pampel da oben, die kann man ignorieren. Da ist auch nischt. Okay. Scheinen nur normale Sucher zu sein. Überhaupt kein Problem. Da ist nix. Da geht es ein bisschen weiter. Schaut auch nur ein normaler zu sein. Auch kein Problem hier. Ein Soldat ist hier noch. Okay. Please, please. Schwarze Kerne, schwarze Kerne, schwarze Kerne. Wow. Drei schwarze Kernen. Nice. Nice. Stark. Hat sich schon ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt in mir. Nehmen wir alles wieder zurück. Good stuff. Good stuff. Good stuff. So, im Prinzip haben wir jetzt nur noch einen Bereich. Scheine normale zu sein. Du hast sie ja nicht fertig gemacht. Du hast du schon wieder zurück und du kannst. So, wie geht das jetzt? Ja, das war ich schon. Das war ein watercolor. Da ist nix. Noch ein Zwiebelpräferment. So, noch einmal einen Soldaten. In Zecken. Wir machen das am besten. So auf jeden Fall nicht. So. 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 Das war's. Okay. Pump. Noch eine Zecke. Äh. Noch ein Suha. Fuck. Okay. Da ist ziemlich viel Los da drin, ha? Können Sie? Mm-mm. Da ist ein... Oh, jetzt aber. Ok, der hat da die Tür aufgemacht, da unten ist noch was, weil da schon offen ist, gehen wir jetzt da rein. Da geht's auf jeden Fall runter. Das ist ein normaler Sucher, zwei normale Sucher. Staggered und tot, nice. Soweit keine großartigen Probleme, aber auch noch keine One-Stars oder Two-Stars hierin gewesen, das heißt es kann auch bei weitem gefährlicher werden. Dann hoffen wir mal, dass da keine sind. Da ist absolut nix, da ist nix, da ist nix, da ist nix, man hört aber auch nix mehr von wegen dass da irgendwelche Biester noch sind, da ist leider auch keine versteckte Tür oder so. Meine Däuche sind gleich kaputt, das ist ein bisschen schlecht. Jetzt müssen wir halt noch runter. Was erwartet uns da? Auf jeden Fall eine Zecke. Kleinkram. Zecke. Größere Zecke. Achtung. Sucher. Größere Zecke. Achtung. Sucher. Wollen wir nix riskieren. Wollen wir es mehr oder weniger auf safe. Uferschrott juckt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht wow hier vielleicht doch ein extrem geiler dungeon hier eine extrem geile mine ja fünf kerne was will man mehr drei schlüsselfragmende oh shit deutsch ist broken aber ich glaube wir haben alle besiegen können wait eine gute ein guter eine gute mine gewesen das war eine ausgezeichnete mine fünf kerne vier schlüsselfragmente oder sie gibt drei hafragmente halt da sehe ich jetzt gerade nichts mehr keine versteckte tür oder sonst was boah schmeckt genauso wie das hirschragout das ich gerade gegessen habe läuft jetzt soll es eigentlich hier gewesen sein ich glaube wir haben nichts vergessen stark ausdauer buff ist auch ausgelaufen also wir sind vollkommen in time was will man mehr sachen nach hause bringen insgesamt acht kerne und bald wieder ein vollkommenes siegelbrecher einen schlüssel halt sehr stark sehr 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 strong viel chile auch nice wenn meine runde pennen werkzeug reparieren und dann weiter schau mal dann noch mal zu den hühnern genauso wie zu den zartkaren das 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 was kann sich langsam sehen lassen hier und da ist noch genug da jawoll gutes hühnchen eier lügen müssten die halt mal macht mal kein stress aber macht jetzt oder ich verlege euch alle ich glaube die größe des stalles ist auch ausschlaggebend wie viele vieher du hast oder wie viele tiere wie naja jetzt kommen wir nochmal zum extractor extrahieren hier jawoll voll in einem hartz zehn stück warte mal 16 stück 15 stück 2020 nur die haltbarkeit ein wenig hoch und hat die rüstung also das magierzeug werden wir auf jeden fall alles machen magierzeug ist park gut gut dann kämpfen wir uns weiter vor zu unserem schiff wir haben es auch nicht mehr weit wir sind gleich drüben ich könnte ehrlich gesagt hier auch noch scouten was gerade so schön ist also bis jetzt läuft relativ gut muss ich sagen bin ich sehr zufrieden mit dem was wir bis jetzt erreicht haben das ist mir aber recht wurscht da mal eine rüstung ne da ist ein gebirge das er hat echt bock auf mich geht 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 Das war's. Das war's. Ja, was ist mit den scheiß Käfern los? Das Material lasse ich mit Absicht liegen. Hopp, 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 hopp. Und nass. Okay. Und da so rüber und dann sind wir schon wieder beim Schiff. Beziehungsweise sollte man halt sein. Okay. 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 Was ist das da drüben? Wir können damit den Schiff mal so eine Runde drehen, um ein bisschen was zu scouten. Okay. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft, dass hier in der Mitte auch noch Mistlands ist. Aber es wurde ja quasi unterbrochen da. Okay. 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 Wir müssen auch Hasen. Wir können gleich ja... Oh, ist ein Sucher. Neverminds. Drüben sind Hasen, gell? Good try, nice try, nice try. Follow me, everything is alright. I'd be the one who kill you on the bridge tonight. Oder auch nicht. wie gut das barfut läuft geradeaus ist so viel ärgerlich oh 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 komm gotcha oh da ist ein soldat eine frise ui warte das ist ein soldat jawoll mach kaputt bro aber es geht mich nicht da wäre ich dir irgendwie sehr verbunden ja ohne barfut ist kacke aber der liebe soldat wird uns jetzt natürlich helfen diese wunderschöne brücke den erdboden gleich zu machen einzig was wir machen zuerst auf die barfut holen weil sonst ja man schaut möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sein wir rasten wir rasten wir rasten wir rasten wir hauen uns doch gut rein da wir rasten wir rasten wir rasten wir rasten wir rasten wirographics Genau, Stampfer, oh ja, good boy, nochmal Stampfer, 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 kommst du nochmal hierher, use Stampfer, nutze Stampfer, oh oh, schweig gehabt, ja, nice, was da noch, ja, good boy, good boy, good boy, good boy, good boy, boing, 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 hervorragend jetzt dauert es natürlich wieder eine weile bis alles eingebrochen ist vor allem die eisen sachen aber das warten wir schon noch ab oh da klingen sie schon klingling 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 ich hoffe doch nicht einfach mal so 30 eisen überhaupt kein problem ich sage ja brücken sind komplett insane und da liegt was der wie viele eisen da noch rumliegt brücken sind der shit wenn du so einen lieben soldaten hast der halt ganz uneigennützig oder der hat ganz freiwillig die brücke für dich zerstört dann sagst du halt auch nicht nein was das ja das war's schon ja da da liegen noch ein haufen eisenstücke Ui, diving! Man muss halt bedenken, wie jedes Gatter, das zerstört wird, sind das in zwei Eisenbrennen. Also, ja. A lot. A lot of stuff. Ah, fuck. Ich kann hier goeisen. Oh ja, da unten. Scheiße. Okay. Also, Marmor. Schleppen wir nochmal nach Hause. Dann wollen wir mit dem Boot ein bisschen überstellen, damit wir noch das Eisen eventuell bekommen können. Okay. 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 Schlepp. St slut Das war's. Schlecht positioniert. Das war ich dir nur gerade vor. Ja, da ist Marmor. Wo ist das Eisen? Das Eisen ist direkt unter mir, glaube ich. Ja, da ist es. Eines bekommen wir, das andere werden wir nicht erwischen. Okay, das andere Eisenstück ist lost. It's lost. GG. Na gut. Ein Eis macht den Braten jetzt auch nicht fett. Sehr schön. Abfahrt. Warte, nochmal kurz kontrollieren, ob ich alles dabei habe. Fünf Stück, acht Stück. Abfahrt. Da waren jetzt 70 Eisen drin. Servus. Wir kommen an Bord. Ja... Ja... Vielen Dank. So, jetzt sollten wir rauskommen. Jetzt haben wir halt wieder einen weiteren Weg vor uns, aber ja, was soll's. Ah, fuck, jetzt hab ich die andere Mine nicht markiert, oder? Wo waren die? Ja gut, im Prinzip haben wir sie eh gecleared, also scheiß drauf. So, Materialien sind alle da. Der Wind steht derzeit eigentlich günstig. Wenn das so bleibt, dann sind wir relativ schnell zuhause. Oder zumindest bei unseren Außenposten. Können wir die Brücke auch noch mitnehmen? Weil ich habe ja jetzt eigentlich Eisen dabei, ich könnte einen Steinmetz bauen. Ah, nee, scheiß drauf. Wir müssen schauen, dass wir schnell zu Eidru kommen, damit wir das Magierzeugs basteln können. Okay, das ist auch wieder Mistglänz. Oh, der Wind dreht noch günstiger. Ja, das lobe ich mir. Wir nehmen natürlich nicht den direkten Weg, weil wir ein bisschen was aufdecken wollen von der Map. Auch wenn es jetzt im Prinzip nur Wasser ist, aber trotzdem. Ich mache das halt immer so. Dauert zwar länger, als der Direktweg natürlich. Aber, ja. Dauert zwar länger, als der Direktweg ist, dass der Direktweg ist, dass der Direktweg ist, der Direktweg ist, dass der Direktweg ist, dass der Direktweg ist, weil wir gerade hier sind. ich das zeug eh noch nicht abgefahren habe ich das zeug eh noch nicht abgefahren 41 ist nicht bad ah der wind dreht leider naja gut kann man nichts machen können wir mal ein bisschen das alte kittin heißt das eigentlich gleich die panzer heißt das andere alles klar das ist das ist das ist das ist da kann man auf einen auf pike machen mit dem messer ok der wind hat sich total ungünstig gedreht wenn man da noch mal ein abstecker hin machen ja gut da wäre es auch ich hätte gedacht wir fahren dahin noch ein bisschen schwarz metall abgreifen aber ich glaube wir haben zu hause auf 13 stück mit denen jetzt was wir hier im schiff haben sind es 21 passt es schon so nehmen wir wieder ein bisschen fahrt auf das da unten hat der es gesehen so 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 Ja, schönes Schneegebiet. Da wäre wieder Kedin. Der hohe Norden. Der hohe Norden. Da bin ich schon gespannt. Das wird ja wahrscheinlich, oder vermutlich dann das nächste Update werden. Aber gut, jetzt ist ja Ashlands quasi... Wie lange ist Ashlands jetzt schon draußen? Ist schon eine Weile, oder? Aber jedenfalls der Norden-Ostgebiet wird interessant werden. Oh, der Wind dreht. Ohhhh. Ja. Ein bisschen besseren Wind haben wir. Das heißt, wir können da ein bisschen Gas geben. Aber da wir jetzt sowieso die Kurve schlagen, ist das irrelevant. Wir müssen da anlegen. Aber scout mal trotzdem noch ein bisschen vom Vorwurf hoher aus. So viel Zeit muss sein. Ist ja ein chilliger Sonntag, oder? Ich will das Tipp zu nur 21. Ich will das Tipp. Damn. Ja. 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 Ich weiß, wir sind schon zu weit. Ich müsste die Kurve schon schlagen, aber wenn ich da ein bisschen intensiver die Kurve schlage, dann haben wir wieder eine Rückenwind, und das Ganze kann man auch anständig reinfahren in das Ganze. So der Gedanke. Rift King Ist unser Gebiet da drüben schon, oder ist das was Neues? Ne, ist unser Gebiet, alles klar. Jetzt müssen wir dann halt schauen, dass wir auf unserer Insel hier noch eine Wurzel finden. Also im Idealfall hier. Das ist eine Brücke. Das ist die andere Brücke, die wir eh schon angefangen haben abzureißen. Da oben ist die Mine, die wir schon erkundet haben. Ja, passt, nice. Ich bin auch voll in Bilder. Ich bin auch voll in Bilder. Jetzt müssen wir das ganze Zeug dann hochtragen. Holy shit. Im Idealfall hätte ich ein paar Schwadenfakten aufgebaut. Und dann weiß ich eher, wo ich lang renne. Wir können da... Weiß wie... Oh, ist ein Soldat. Jetzt... Jetzt... So, bevor er uns entdeckt. Noch mal schnell nach Hause. Dann... ...werde ich mir Schwadenfackel machen. Beziehungsweise New Dracil, zwei Holz und Schwaden mitnehmen. Genauso wie wir uns wieder Brackfut reinpfeifen. Mal Repair. Sollten eigentlich gleich ausgerutscht sein. Wo sind denn die Schwaden? Das war so. So! Untertitelung des ZDF, 2020 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 10 hearts. Müssen wir zwar oft hin und her, ah, nicht nass werden, dankeschön. Müssen wir zwar oft hin und her rennen, aber gibt's Schlimmeres. Ah, so viel Eisen, stark. Ja, so viel. Upfer ist jetzt, ja, nice to have, aber wenn man es nicht hätte, wäre es auch wurscht. Das war ein Grad, nicht nass geworden. So, letzter Run, und dann schauen wir, ob wir irgendwo noch Wurzeln finden können. What they found you... will... Oh. I'm standing there. 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 Oh, das war ein One Star. Okay. 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 Also eins noch so. Das geht eh relativ schnell muss ich sagen, wenn man in der Nähe ist. So für einen Extractor brauchen wir den Udress Seal. Also das heißt drei Stück können wir machen. 30. Okay. Da ist die Kreuz. So können wir eh alles mitnehmen. Nehmen wir die Schwaden auch mit, um den Weg ein bisschen zu beleuchten. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo eine finden. Das ist Harz. So. Mal da wieder schön gerade. Perfekt. Mal das da. Mal. 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 Jetzt kommen wir nochmal zu den Chikens. Chikens. Mir ja Kälus. Bis zum artigen Gelee. Essenfleisch. 13 Stück. Nice. What am I doing? 15, 30, 20. Okay. I'm going to ruin the pannon. Okay. Die andere Händlerin habe ich auch noch nicht gefunden. Den Content habe ich auch komplett sausen lassen bis jetzt. Okay. Ich glaube, der Stall ist ein wenig zu klein für die ganzen Hühner, kann es sein? Oh, komm, legt bitte Eier. Wir werden langsam wieder Gerste anpflanzen müssen, das heißt, das machen wir jetzt gleich. Dementsprechend müssen wir das abwarmen. Das macht er jetzt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und den Stall werden wir vergrößern müssen Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Die Pflanze hat ihm wohl nicht gefallen, was? Einfach instant wieder rausgerupftes Zeug Ahooo, ça couche le putain Die Pflanze hat ihm wohl nicht gefallen, was? Skills für Gartenarbeit wäre auch geil, wenn es das geben würde. Wenn du sagst, der Umgang mit dem Flug, dass die Ausdauerkosten reduziert werden, wäre schon mal super. Wenn du da noch irgendwas mit Ertrag dazu packst, das ist überhaupt insane, also so einfach Landwirtschaftstechnik oder whatever. Ja, Potenzial hinter das Spiel noch viel mehr, gell? Ja. 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 Schmeiß mal rein. Ja. 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 das portal sollte ich eigentlich mitnehmen hier wo es schick ist markieren wo es schiff ist mein portal also mein ersatz portal aufheben juli vor alles runde zahlen hier genauso lieben wir das kann da schon wieder weitere produziert werden und wir gerade das arschlecke zu viel sachen dabei leck mich doch leck mich fett da können wir uns auf die sue was tue ich dann oder man doing noch mal kontrollieren es braucht zehn jüdischen holz fünf schwarz metall einen extractor wir haben drei extractor 15 und 50 und 20 schwarzen ja so als scout fünf pari oder Suck. Suck. Was ist das? Schaut auf den ersten Blick schon mal schlecht aus. Schaut auf den ersten Blick schon mal gut aus. Ich glaube wir werden da sogar überall extra Portale aufstellen. Da werden wir glaube ich überall extra Portale machen. Weil das würde mich jetzt schon ankotzen nach hin und her zu brennen zu müssen. Das heißt wir brauchen ultra viele von denen. Da wir drei haben brauchen wir sechs Stück. Zwölf. Äh. Zwei. Sechs. Ja. 30 von denen. 30 von denen. Warte mal jetzt kann ich ja nur drei bauen. Ähm. Ja natürlich brauche ich zwei. Scheiße. Er wird machen wir mal das erste. Das erste Wurzelportal. W1. W. Ups. W1. W2. W3. So das ganze jetzt nochmal in grün. W1. W2. 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 Oh. Red? Es läuft bei dir, ja. Weiß nicht, ob ich es protecten muss. Oh, das muss mal gelten. Okay. 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 Good one. We are not rested. So? Hier gerade Nacht, das heißt, wir sind liebten nochmal. Ich muss aber nochmal ganz kurz abkauen. Kurze Pause. So? Vielen Dank. 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 Okay. Schauen wir uns nicht zu verlieren. Genau. Das Zeug ist in der Tasch. Alles klar. Ja. Schaut. Schaut mir nicht. What we got here. What we got here. What we got here. What we got here. We got here. What 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 we got here. Oh, den Baum. Alright. It's dead. Okay. Such Nummer 2. Äh, W2. Wie schwer sind wir? 308. Wartet, damit das restliche Erkunden ein bisschen angenehmer wird. Damit das restliche Erkunden ein bisschen angenehmer wird, wenn wir jetzt ein bisschen Ballast abwerfen. Was ist da los? So, und zwar... Ähm... Eins von denen. So. So. Das war die... Weite Wurzel. Jetzt brauchen wir nur eine, dann sind wir eh schon voll im Saft. What a joke. What a absolutely massive joke. What a absolutely massive joke. Was ist denn mit der Ausdaueregeneration los? Ultralangsam. Nein, nein, nicht ins Wasser. Don't do it. Ich weiß nicht. Zeckeh. Entweder das ist ein Gejal. Entweder es war von einem Gjal oder es ist hier irgendwo oder es ist hier irgendwo Weichgewebe Aber da draußen schaut es langsam schlecht aus mit Wurzel Aber vielleicht haben wir ja Glück Aber da draußen sind wir ja Glück Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, Big Hase Big Big Bunny Ja, wenn ein Wasser ist, dann bringt das nichts, ihn zu töten Scheiße Hey Ja, viele Möglichkeiten haben wir hier nicht mehr Der Nebel ist so scheiße Ich spüre, dass irgendwas stimmt mit meiner Ausdauer gerade nicht Ich bin schon Du nicht Ich bin schon Oh Wurzel War ich schon angezapft? Ja Ja, war ich schon angezapft Let's go Oh, Fy Again Gehen. Er hat jetzt meinen Extractor getötet, gell? Hier, zerstört. Wie schwer ist der? Es ist so eine lästigen Drecksviehe. Ja. Gut. Ich hasse Mistlands. Ich hasse Mistlands. Früher hat er was kochen. Meine Fresse. Boden zittert. Jawoll. Das auch noch. Jetzt wolltest du es wieder wissen, gell? Jetzt wolltest du wieder anständig auf den Sack gehen hier. Okay. 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 Das wärs jetzt gewesen, gegen einen Troll auch noch sterben. Okay. 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 Allstorm. Okay. Anyway. Okay. Wir haben nur 13 Hasenfleisch. Das ist bad. Wir haben nur 13 Hasenfleisch. Ich glaube, ich habe etwas versehen, das scheiß Fleisch da hochgeworfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommt mein Suha-Fleisch eigentlich raus. Kommt mein Suha. Kommt mein Suha. Kommt mein Suha-Fleisch eigentlich raus. Kommt mein Suha-Fleisch eigentlich raus. Kommt mein Suha-Fleisch. War das W1 oder W2? Ich glaube W2, gell? Schauen wir ob das Portal überhaupt noch steht oder ob es zerstört hat. Scheint noch zu stehen. Ich glaube W2. 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 Ich glaube W3. Ich glaube W3. Untertitelung des ZDF, 2020 Exvich 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 Komm, lass mich einfach noch irgendwo in der Wurzel sein und befreie mich Please Na, was sagst du denn? Wer sagt es denn? Wer sagt es denn? Schwere Geburt Na, gar nicht allein Okay Jetzt haben wir vier Extraktoren Hier kann wird uns logischerweise halt das Dingshaus gehen Das Weichgewebe Na gut, da müssen wir halt dann wieder schauen, wo wir was finden Schwaden Und dann können wir uns da noch einmal wieder runter Sog Ja, ich glaube, wir haben dort noch einen Schiff Ja, ich glaube, wir haben hier noch einen Schiff Wir haben hier noch einen Schiff Und dann können wir auch hier noch einen Schiff Und dann können wir mal die Schiff Es kommt da rein. Jo. Das haben wir im Prinzip aufgestellt. Jetzt könnten wir eventuell Stiebe machen. Da dauert es noch ein bisschen, bis das alles fertig ist. Das heißt, wir werden hier mal nachlegen. Das heißt, wir werden hier mal nachlegen. Ah, let the knight pass. Schauen wir trotzdem noch mal zu den Hühnern. Vielleicht haben sie sich ja doch vermehrt. Aber ich glaube, das ist limitiert auf den Platz, den sie haben. Das können wir eh gleich sehen. Ah, und ansonsten wird jetzt ein bisschen Mage-Stuff gemacht. Magier Zeugs, Extraktoren abgefahren. Ja, da tut sie nichts mehr. Da tut sich gerade nichts mehr. Aber weil ich jetzt gerade nicht bauen will... werden wir ein bisschen dezimieren. Aber ich bin ein bisschen... Und dann... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ja, da tut sie nicht. Ich bin ein bisschen... vor allem weil ich eben auch die federn gebraucht habe oder brauche was brauchen wir für das hühner dings da meine guck wir brauchen jetzt sowieso mage zeug ja honig little bit of honey also ein hühnchen mal braten können wir auch machen einfach hier drauf mal schauen was da rauskommt the earth is shaking again las knacken gekocht das hühnerfleisch 60 ok jetzt nicht so der bürger ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das warten wir noch ab, bauen das andere noch rein, dann reißen wir den Scheißern mal den Arsch auf. ZDF, 2020 Auch gut. Jetzt nichts mehr brauchen. Wir brauchen nur ein paar Bolzen. Wir brauchen nur ein paar Bolzen. Da ist schief gelaufen. Hier gar nichts anscheinend. Gut, altere. Gut. 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 die gefrorenen brüßen habe ich noch was vergessen wahrscheinlich irgendwas habe ich sicher vergessen das da in die hand okay starb der blut starb des schutzes starb des eises würde sich auch noch ausgehen die aufwertung das kostet 8 euer schaden würde sagen wir gehen erst mal für feuerball und und schutz oder 16 eitere dann könnte ich ihn auf stupe 3 abreden einmal upgraden schild dauert 120 sekunden statt 60 ok fast wir brauchen mehr eintritt und ohne mana kann man sowieso noch nicht mitjusen es ist voll das ist auch voll w3 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 ich glaube den w2 haben wir sowieso markiert w1 habe ich noch nicht markiert w3 Das war's für heute. So soll es sein. Und auf einen Streich haben wir schon wieder 40 Eidrö. Gut. Jetzt müssen wir es nur noch raffinieren. Und dann können wir die Stäbe wieder upgraden. Und das nächste was wir machen ist über Buffboot nachdenken. Oh, endlich! Das kostet vier Harz, wow! Und dann können wir das noch raffinieren. Die Waffen habe ich eigentlich schon ewig nicht mehr benutzt, gell? Die Waffen habe ich nicht mehr benutzt, gell? Sehr geil. Während wir warten, können wir auf jeden Fall mal Magier Zeugs vorbereiten. Was haben wir denn? Wir haben hier, also Magier Bachboot, wir haben hier die gefüllten Pälze. Wenig Eidrüh. Eidrüh über Zeitrüh. Oh, sorry. Oh, shit. Ich muss mir meine Beine wieder hochlagern. Das habe ich mir vor kurzem verletzt. Ich will die Scheiße immer an. Für die Suha-Sülze. Oh, ja, das ist gut. 30 Minuten. 25 Minuten. Ich hasse, dass wir das ungerade... ...Zeiten sind. Okay, hey, 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 boys, boys, boys. Was ist da los? Was sind denn das für Manieren? Gute Besserung. Ah, danke. So schlimm ist es nicht. Das geht schon. Also... Es ist halt, ja, verletzt worden. Und jetzt schwillt es halt immer noch ein bisschen an, weil er wahrscheinlich das Ganze sich entsunken gehabt hat. Aber überhaupt nichts, überhaupt nichts Aufprägendes. Also es gibt bei weitem Schlimmeres. Aber trotzdem, danke. So, wir müssen die Suha-Sülze machen. Wir müssen den Eidrassil-Haferbrei machen. Und dann... Und dann müssen wir noch das andere machen, die der gefüllten Pilze. Im Prinzip haben wir alle Materialien bis auf den... ...bis auf den Haferbrei. Moin, moin, hey, Louis. Habe die Ehre. Louis, du geiles Ding. Na, was läuft? Bist ja schon wieder sechs Stunden am Hasseln. Ja, klar. Wir haben gestern noch, oder heute noch, bis fünf Uhr in der Früh gespielt gehabt. Und... Ja. Dann aufgestanden, mehr oder weniger. Kurz was gefrühstückt und sofort wieder ran an die Sache. So wie es sich gehört, ne? Ja, keine Ahnung. Sonst, meistens kommt immer irgendwas dazwischen, dass ich nicht streamen kann. Und dieses Wochenende ist echt mal nix. Und das muss ich ausnutzen. Das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. So. Lumpet verstauen. Schwarz-Metall-Brock. Ja, stabil. Maloch, maloch, malochen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ja. Ja. Einfach nur, ja. Oder soll es malerken heißen? Es kann auch sein. Wait, what? Malochen. Maloche. Ich bin alt. Ich bin älter als du, mate. Ich bin älter als du. Ich verstehe jetzt sowas nicht. Diesen Jugend-Jargon. Ah, so wie es sich anhört, ist der Eidrisch wieder durch. Da pfeifen wir uns gleich wieder buff-food rein. Wir werden aber schauen, ob ein bisschen Salat und den anderen Crab zu verbrauchen hier. Das passt ganz gut. Ganz alt. Ja, das ist ein ganz altes Wort. Ganz alt. Okay. Malochen, körperlich hart alt. Ah, jaja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also streamen. Körperlich pervers hart. Also bin ich voll bei dir. Absolut krass. Warum ist das mal... Hä? Das sollte doch... Wait. Da war doch jetzt gerade noch eins drin. Das ist voll der Scam. Aber gut, wir haben die 20, also es passt schon. Genau, jetzt gehen wir nochmal da her. Die anderen Wurzeln, die wir angezapft haben, die könnten eigentlich schon wieder juicy sein. Weil die Wurzeln, die wir hier draußen haben, ist schon ziemlich ausgezutzelt. Ja. Da dauert es eine Weile. Aber gut. Brauchen wir das, brauchen wir das, brauchen wir das, brauchen wir das. Da haben wir das repariert. Und dann können wir den Schutz upgraden. 180 Sekunden, voll geil. Gut. 30. Achso, das ist die Stufe 4, die kann ich hier noch nicht erreichen. Wieder was gelöst, okay. Äh, starb der Blut. 20, ja, die Sammer. Und 4, das passt genau, weil wir ja zwar eher passen. Haben wir genau richtig mitgenommen. Jetzt brauchen wir dann noch Eidre. Dann sind die Stäbe schon mal fertig, das ist nice. Jetzt brauchen wir ein paar Pilze. Mit ein paar meine ich alle. Und da wir ja fleißig sind, wird es gleich wieder angebaut. Was läuft denn bei dir heute, Louis? Was steht denn bei dir auf dem Programm? Ja. Guckst du nachher im Finale oder kein Interesse? EM und WM und so weiter und so fort haben mich zwar schon immer irgendwo interessiert. Und nur muss ich sagen, wie sich der Fußball die letzten Jahre entwickelt hat, äh, das nervt mich. Das ist mir viel zu langweilig, viel zu fad zum Anschauen und vor allem, ähm, meiner Meinung nach adaptieren die, die anderen Teams einfach nicht. Weil die Hauptstrategie, die halt dominiert ist, dass man trainiert, äh, in der Verteidigung so zu stehen, dass überhaupt nichts mehr durchkommt. Und dementsprechend kommt auch nichts mehr durch. Und da da wirklich keiner adaptieren will oder kann oder whatever, nervt mich das Ganze. Hey, was wirst du? Was ist mit dir verkehrt, Bro? Man kann doch freundlich fragen, ob man rein darf. Muss da nicht die halbe Base zerstören. Arschloch. Ja, mach halt deinen Stammpaar. So. Dafür sind in der AM aber ganz schön viele Tore gefallen. Ja, schon. Aber, ja, die meisten Elfmeter oder sonst was. Und die Leute, die weitergekommen sind, das sind, ja, ich sag mal, die sind halt weitergekommen, weil sie die alte Taktik verfolgen. Man ist ja gut und schön, wenn es zum Ziel führt, keine Frage. Aber es adaptiert halt meiner Meinung nach keiner richtig. Und deswegen schaue ich mir den Scheiß nicht an. Ich finde es cool, dass es wieder so ein Hype ist, dass alle Leute halt mitfiebern, Spaß haben dran. Weil genau das soll es ja auch sein. Die Leute sollen Spaß haben an der Sache. Aber ja. Ich gucke nachher im Finale und dann ein bisschen Game und alles. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Die deutschen Spiele fand ich schon extrem stark gespielt. Schöner, offensiert. Ja, schau mal, genau das ist das Problem. Das ist das, was ich meine. Du hast eine Mannschaft, die spielführend ist, die die ganze Zeit versucht, einen Weg hineinzufinden durch die Verteidigung. Die andere Mannschaft weiß halt, dass sie hinten vörteln muss. Macht das auch gut. Und macht dann irgendein sinnloses Dreckstor, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt komplett unverdient, dass die überhaupt gewinnen. Und genau das kotzt mich an. Meiner Meinung nach wird halt nicht adaptiert und damit meine ich, du brauchst so eine Art Mauerbrecher. Also einer, der was wirklich den scheiß Ball von 20 Meter auf die Kiste draufheizt. Weil du kannst du sie wenigstens zwingen, die Verteidigung aufzureißen. Aber das ist halt nicht mehr der Spielstil. Es ist halt oft so, dass der Ball reingetragen muss, weil sonst ist alles für den Arsch. Und das finde ich dumm. Ruhig mal drauf pfeffern. Ruhig mal drauf pfeffern. So, das ist voll in der Production. Da hat es nur 30 Stück, das ist halt so. So, das kommt da rein. Voll. Wir brauchen mal ein bisschen was an Suha-Sülze, gell? Suha-Sülze. Ungekochte. Okay, das braucht Blut und Rüben. Blutklumpen und Rüben. Das Königliaschele. Blutklumpen und Rüben ist Hammer. Haben wir hier. There you go. There you go. Nur mal extra eine Kiste. Das heißt, zwei Kisten. Zwei Kisten. Rübe. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. wird mal ordentlich bachwut reingehustelt hier suha sylze ist super ist wahnsinnig billig und kriegste 2 raus so da brauchen wir gersten und harz wo ist chlore ja habe ich denn da die trophäe runter geholt was was wirst du dann heute spielen louis okay wir werden invaded wir werden invaded okay oh shit boah schwein gehabt war kurz vorm verbrennen so suha sylze da nochmal zähne von denen so 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 zehn von denen mal auch da rein packen was das was sind jetzt vier drin hier zwei noch vier sind drin vier haben wir da zwei noch dann ist das schon mal durch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht auch schnell. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch in der Zubereitung. Okay, das ist das Magier Buff Food. Gehen wir nochmal schnell zu den Chickens. Nochmal nachheizen. Und da müssen wir eben schauen, den Stall ein bisschen zu vergrößern. Aber was heißt ein bisschen? Der muss ewig groß werden. Müssen wir so richtig reinschwitzen. Zwei Stück noch. Und ihr habt keinen Bock mehr, um Eier zu legen oder was geht bei euch? Oder ist das, weil ein Idiot da draußen rumrennt? Ja. Ooh. Well, that's bad. Die waren jetzt glaube ich aware. Da wir den jetzt gekillt haben, sollten sie wieder gechillt sein, oder? Ja. Ah, jetzt sind sie wieder gechillt. Alles klar. Da ist es ja normalerweise der Eier raus. Alles gut. Blut blut blut. Blut blut blut. Wasser, Lauben, Stroms. Haben gespielt wie Flaschen leer. Blut 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 blut. Woll? Ein Platz mehr. Siniusen-Trophäen da. Du könntest was zu Essen vertragen. Könnte ich das? Wollen wir mal pennen. Da sollte draußen das Eitry schon wieder fertig sein. Wir haben nur 10 Stück, das sparen wir mal. Jetzt gehen wir wieder da hin. Wir haben den Flug repariert. Jetzt nehmen wir wieder den Stab, den Feuerstab. Der Stab des Schutzes ist schon fertig, by the way. Der ist schon fully ausgereift. Äh, aber der noch nicht. Stuff of Glute. Nice. Da könntest du sogar schon das erste Rüstungsteil machen. Ja, gut, da sparen wir natürlich, dass wir alles haben. So. Schau mal aus. 9. Die anderen dürften fast schon wieder voll sein. Wie gesagt, das sind, das sind frische Wurzeln gewesen. Das ist voll. Und wir achten stück scheiße. Dabei war das die größte, oder? Die Wurzel ist ausgetrocknet. Die spuckt immer länger nichts aus. Und wir achten, das sind frische Wurzeln. Ich sehe gerade, da hätte es sich ausgezahlt. Zwei drauf zu hauen. Macht das einen Unterschied, ob ich es direkt da rein haue? Und der Wurzelast ist ausgetrocknet. So, da sind überhaupt zwei übereinander. Oh. 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 Das ist cool. Jetzt warten wir da ein bisschen. Oh. 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 Weil ich hätte es gerne wieder gerade. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen einen an der Klatsche. Aber gut, warum nicht? Gehört auch dazu. Problem natürlich bei Elementarmagie und Schutzmagie bin ich noch überhaupt nicht bewandert. Das heißt, es wird am Anfang ziemlich zäh werden. Wir können das mal gegen die anderen Locksetter testen, die wir bei unserer Base hatten. Und dann sehen wir, wo wir stehen. So, die 30 Stück nehmen wir wieder mit. Dann sind wir da nämlich auch wieder fully loaded. Das war jetzt ziemlich sinnfrei, das da rauszunehmen, aber ja, was soll's. Gut, das arbeitet. Das passt auch, das passt auch. Ja, eigentlich... Eigentlich haben wir jetzt alles am Laufen, was wir haben wollen, gell? Das ist nicht mehr unbedingt notwendig, hier zu scouten. Dementsprechend könnten wir uns vom Außenposten mit unserem Boot darüber zur Königin begeben. Wir sind eigentlich bereit. Wir sind eigentlich bereit. Aber gut, lass mal eine Runde Mage-Zeug probieren. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Feuerbälle, Feuerbälle schleudern. Geht! Okay, Blutmagie hat sich verbessert. Okay. Weiß mal. Weißen, hab ich gesagt. Geht, Gott. Magie, let's go. Ah, ist das fein. Bewegen und schießen. Und jetzt kein Bock mehr, oder was? Das Problem natürlich, ich weiß nicht, hat die Rüstung dann einen Effekt darauf, wie stark also wer für Schaden du nimmst oder nimmt die Barriere immer gleich Free Damage? Also skaliert die, die die... Ah. Wenn du mehr... Wie soll ich sagen? Wenn ich das Schild mache, ist das dann nur ein Flat-Schild, der nicht von der Defense profitiert oder spielt die Defense da auch mit, wie viel Schaden du da nimmst? Wie viel Schaden dein Schild nimmt? Es schaut jetzt zwar ein bisschen toll aus und schaut so aus, so wenig Damage wäre, aber es brennt anständig nach. Also... Vor allem, du bist halt mobiler. Ist einfach geil mit dem Stab. Weil da ist halt die Frage, gell? Klar wäre die Mana-Regeneration dann gut, aber wenn die Defense dann mehr Sinn hat, vielleicht sollte ich dann mit der Defense spielen. Ich bin hier. Legt Eier. Schauen wir mal. Gut, ich könnte probieren. Ich könnte probieren, die Rüstung mal auszuziehen, um zu sehen, ob er... ob ich direkt durch den Schild durch Schaden bekomme. Das wäre eine Möglichkeit, gell? Okay. Aber... Ja. Damit können wir schon mal arbeiten. Sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. We got everything we need. Die Wurzel kann sich ruhig mal erholen, das passt schon. Dann segeln wir mal einfach rüber. So, lady. Big old lady. Vielen Dank. Magier, Shit, Blutmagie. Schadens, Eitere und Gesundheitsabzug beim Einsatz von Blutmagie. Oh, Shit. Vielleicht sollte man darauf achten, wo ich hinfass segle, oder? That would be a very, very good idea. Jetzt wollen wir da stagnen, oder? Okay. 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 Was steht da? Daten und Eitere Verwendung für Einsatz von Elementarmagie. Das einzige, wo man ein bisschen sehen kann, wie viel es ausgibt. Ist im Großen und Ganzen eh nur bei den Stäben selber, aber da siehst du halt nicht wirklich viel, ne? Na gut, da sieht man den Feuer-Damage. 37 bis 77. Von 132 möglichen. Gehe ich nochmal davon aus. Und Eitere Verwendung 35 pro Schuss. Das kostet 60 pro Einsatz. Okay. Wir haben das Portal dabei. Ausgeruht sind wir nicht, da war ja gut. Ausgeruht sein ist was für Lulus. Ausgeruht sein ist was für Lulus. Jetzt geht's dann los. Queen, we are coming. Das Ding ist halt, in den Nahkampf mit der Königin zu gehen, ist ein bisschen wild. Und die andere oder die alte Cheese-Strategie war halt die, da hatte ich genau das Setup plus Feuerball. Bin halt mehr oder weniger davon gerannt von ihr. Und hab halt geballert, ge. Ist weg gelaufen, geschossen, weg gelaufen, geschossen. Ist zwar ein bisschen cheesy und langweilig, aber es führt halt zum Ziel, ge. Hier. Ist auch wieder ewig viel Mistlands hier. Wie komme ich da überhaupt durch? Das ist ja die Frage. Ich hab schon wieder Eisschollen. Ich hab schon wieder Eisschollen. Ein bisschen Schnee. Birger Okay Wild Ich meine, das ist schon klar, wir sind im hohen Norden, aber trotzdem Das ist wieder Mistlands Boah, ist das verkackt So 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 Noch steht der Wind günstig. Dauert zwar eine Weile, aber ja, wir kommen da hin und jetzt trennt uns nur noch der Hill auf die Queen, trennt uns nur noch davor, dass wir Ashlands gehen. Geil. Landensicht. 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 Ich glaube, wir gehen mit dem Wind dran. Immer längs. Immer längs. Ab jetzt ab. Das ist eine coole kleine Insel. Ich schreit hier fast nach einer Base. Das ist eine coole kleine Insel. Das ist eine coole kleine Insel. Bis da bald. Bis da bald. Bis da bald. Bis da bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Früher oder später müssen wir sowieso an Land gehen, weil ich glaube nicht, dass wir damit ein Boot oder mit dem Schiff zur Queen rankommen. Mal schauen. Wir umsegeln das Ganze einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. 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 Ich glaube, da werden wir mehr oder weniger an Land gehen müssen, was? Ist jetzt aber nicht unbedingt bad. Ich glaube, da werden wir mehr an Land gehen. Ja. 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 Brückchenkopf ist erstellt. Jetzt gehen wir da nochmal nach Jüten nach Jüten nach Jüten nach Jüten. Hey, Küchen! Wie viel bei dir? Ähm, na gut, bei mir steht jetzt wahrscheinlich bald die Königin an. Bei mir ist bald Königinnen-Fight. Wird geil. Da hab ich ein bisschen in Once Human reingeschaut. Uh, und? Wie ist es? So, kurzer Abstecker zu den Chickens. Lashigons. Da liegen vier Eier. Ganz okay. Aber mehr wäre noch besser, aber gut, man kann nicht alles haben. Da ist irgendwie auch langweilig. Weiß noch nicht. Okay. Langwierig oder langweilig? Sowohl als auch. Okay. Okay, okay, okay. Das klingt ja initial jetzt nicht so geil. Ja, kurz aber da noch eine Ladung Eidrill bekommen. Okay, das ist ein bisschen Bobbler, komm her. Fünfzehner-Dot. Äh. Okay, und du extrahierst nicht, weil... Fuck. Ist halt ein MMO mit Soulmask-Elementen und purer Grind. Ein MMO. Okay. MMO klingt aber nicht so schlecht, oder? Wenn du sagst MMO, dann ist das ein Spiel, wo du halt länger dabei bleiben musst. Ne? Ist ja auch geil. Ja und nein. Irgendwo nervig bezüglich dem Bauen. Dauert es so lange, das Bauen? So ressourcenlastig, oder wie? Fünf. Fünf. Okay, die lassen wir mal. Wir nehmen jetzt noch den einen Zehner-Stack raus, damit wir da überall wieder gleich sind. Muss ich die mal in einer ruhigen Minute erzählen. Okay. So. Okay. Wir sind eigentlich ready, um weiterzugehen, gell? Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist ein Portal. Und zwar brauchen wir hier zwei Stück. Dann, ähm, hier zehn Stück. Und hier, wait, 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 ich hab's gleich. Okay. Das S1-Portal steht. Wir haben Tränke dabei. Wenn wir uns vorsichtshalber einen Feuer-Resi-Trank reinhauen. Falls da plötzlich ein Gjal daher schwebt. Klingt vernünftig, oder? Nice. Das Portal ist am Start. Wir sind schon vorbereitet! Los, Los! Der ist noch so ein Suchersack! Er, wenn mir da einer sagt, das ist nicht geil, dann weiß ich auch nicht! Wenn mir einer sagen will Mage-Stuff ist nicht cool Dann keine Ahnung Alter, schau wie nahe wir sind Wir sind da basically schon vor der Haustür Bei der alten Holy Crap Ehrlich gesagt Das Boot Da ist noch ein Turm auch Das Boot Wollen wir jetzt gleich mal zerstören Müssen wir mal nach Hause bringen Ja Sollte eigentlich alles haben Ich packe das Boot Derweil mal da rein Wie viel Edelholz braucht es 40 Die Rinder Wait, wo ist die Rinder? Oh shit Ich hab die Rinder fallen lassen Vergessen Nicht mitnehmen können Weil zu schwer Da ist er So my bad Sorry Muss mir nochmal zurück Okay Wie fighten wir die Queen? Also ich hätte natürlich schon Bock Dass ich da mit Messern rangehe Aber Das Problem ist Da muss halt jeder Dodge sitzen Weil ich nicht die beste Rüstung habe Ich glaube es wird am ehesten wieder cheesy Werden hier Es stinkt schon richtig nach Käse It smells like fucking cheese in here You know It smells fucking cheesy Okay Das Sicherheitsportal 1 steht Aha Ich glaube was haben wir denn da Einen fucking Jaw Oh der attackt gerade die Zwerge Das ist cool Da hat's bumm gemacht Servus 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 Ich glaube dieser Turm wird unser kleiner Stützpunkt sein Wo wir unser Portal aufbauen können Für die Dame Okay Die wurden hier infiltriert Ey was ist denn Das ist denn so eine Scheiße hier Ja meine Freunde Sorry aber Ja das meine ich damit Das geht Das geht durchs Schild durch Geh Ich pack das ein Heiler auch noch dazu Der Magier Ah es ist ein Magier Ein Heiler Ein Heiler He's burning Ah jetzt hat er wieder Ah jetzt hat er wieder Heal aktiviert Ah die Mana Regeneration ist schon atrocious Schade Schade das ist schlecht das ist sehr schlecht geht doch haben wir zusammen wenn du jetzt ausdauer verbrauchst dann regeneriert sich dein mana nicht mehr das haben sie anscheinend geändert oh Oh, oh, oh. So. S2. Das wird dann umgeschrieben auf Mutterportal. Und das Zeug rein. Nur mal einen anderen Shit da unten. Alles voll. So, da durchgehend Sachen abgeben, bei S1 rausgehen. Das umschreiben auf Mutterportal. Warte auf gerade. 20 Gehirnmasse haben wir auch gerade gefunden bei den Zwergen. Sehr stark. Darf man nicht unterschätzen, ist viel wert. Äh, da, da, da. Kleins weiter. Okay. Küstlicher Miet. Ist genehmigt. Da können wir auch direkt nachlegen. Schmerz. Was ist denn? Was habe ich jetzt vergessen? Zwei Stück. Zehn Stück. Äh. Zwei Stück. Queen. Zwei Stück. 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 Queen So, das S2-Portal haben wir auch in der Tasche Da ist die Königin Jetzt wollen wir noch mal kurz rasten Im Idealfall noch mal ein Magierzeugsfeinhorn Also essen Es ist halt schon schwierig Also man muss sich erst wieder Vollgas darauf gewöhnen Mit Magierzeugs zu fighten Weil, ja Wie man vielleicht gesehen hat Das war jetzt nicht unbedingt das Beste Vor allem weil es halt noch nicht so viel Damage macht Es ist aber geil Da du halt gut moven kannst Vor allem mit X4 Kannst du gut davonlaufen Und darfst dich halt nicht hitten lassen Das ist ja klar Aber ansonsten ist es fein Boah, ist das schon wieder durch Ja schon Wir hätten genug für ein komplettes Mage-Zeug Mehr ist genug sogar Wir haben mal den Titel erinnern, gell? Let's go Queen Jawohl So richtig Cringe Einen Hardcore-Cringe-Titel reinhauen Sollen wir es mit Magierzeug machen? Hm Oststab bräuchte ich auch noch Ich hätte eigentlich alles da, gell? Bamm, lass probieren Die Robe Die Jose Der Helm Oder Kapuze Auf werden Wow Wow Stark Wir haben das jetzt fast fully upgraded Fast Fast Fast, fast, fast Fast ist halt nicht ganz, gell? Aber ich glaube, wir werden halt voll auf die Fresse bekommen, gell? Weil die Defense halt runter geht Weil ich eben nicht weiß, ob der Schild Mehr Schaden bekommt, wenn du weniger Defense hast Aber normalerweise ja Kein Plan Okay Egal Wir werden es mal versuchen Dann sehen wir eh, wo wir stehen stark I hai ethnicity Kinder Da habe ich den Siegel wieder vergessen. Also Nahkampf gegen die Queen wird es eher nicht, oder? Können wir uns drauf einigen? Die Queen wird es eher nicht, oder? Wir nehmen die volle Palette mit. Die spuckt doch, glaube ich, auch Gift. Ich bin gerade ein bisschen hyped. Ja, wahrscheinlich schlägt sie mich einmal und das war es dann, aber ja gut. Ich sage, wir gehen für die cheesy, cheesy, ich schieße dir ein paar Feuerbälle und laufe davon, äh... Ich schieße dir ein paar Feuerbälle ins Gesicht und laufe davon-Strategie. Hier ist immer der Burner. Das war jetzt keine Absicht. Hinter diesen Hügel Sollte sich der Eingang zu unserer ach, so heiß geliebten Queen befinden. Das tut er auch. Leider wird er bewacht von fucking vielen Insekten. Bist mal weg. Jetzt von Queen Fight haust du ab. Alter. Versäumst du ja als Geiste. Hey, mach's gut. Alles Gute dir, gell? Fusion. Danke für das Reinschauen. Wir sehen uns mal. Okay, One Stars. Jawohl. Muss man auch erst mal reinkämpfen hier. Jetzt natürlich gemeint, dass es regnet, gell? Spielt den Bastard ziemlich in die Karten. Oh, no way. Kann das Queen Portal eigentlich auch hier machen, oder? Shit. Alter, da ist ein Zwergenturm auch noch daneben. Wie geht die Party ab? Deine Brücke auch noch? Holy shit. Voll geil. Der Wurzel auch noch. Voll geil. Bevor die wieder alles wegbomben, gehe ich da lieber mal weg, gell? Okay, boys. Okay, boys. Ich muss ja glatt mal testen, ob die Jute... Ja. Also die Jute lässt sich auf jeden Fall so mit dem Feuerball abfarmen. Alles cool. Body Mobility. Body Mobility. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mobility Wir haben die Tür versiegelt und den Schlüssel weg geworden Lass sie Der Feiglinge Wir sind hier zu partieren Ich meine, ich glaube, ich werde das Queen Portal doch hier machen Das andere holen wir dann einfach wieder mal Weil was soll's Ist ja komplett wurscht Queen Beziehungsweise das holen wir gleich, damit ich's nicht vergesse Keep on Meter Uh Uh Ich bin jetzt noch die blaue Jute abfahren Aber da hab ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock dazu Ich bin gerade so hyped auf die Queen Okay 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 Boah, jetzt werden wir wieder so übel auf die Fresse bekommen. Beziehungsweise, sie ist ja auch wahnsinnig easy. Es ist ja unterm Strich jeder Boss easy, wenn man weiß, was man tut. Ich weiß das zwar nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine. So. Oh shit, ich glaube, ich habe die Surtlingkerne drüben vergessen. Naja, egal. Können Sie da liegen bleiben. So, das ist das Portal, das ist das Schiff. Ich habe das schon mal gut vorbereitet. Wir haben hier Buff Food. Gut. Wir haben hier Giftwiderstand. Jute. So, das Zeug. Das Zeug. Die Eitere Wurzeln können wir eigentlich so lassen. Ja gut. Lass nochmal die Eitere Wurzeln abfarmen, damit hier wieder was produziert werden kann. Weil schließlich brauchen wir noch die Kapuze ist noch nicht maximal Level. Das ist voll. Das ist voll. Okay, nice. Das ist voll. Okay, nice. Ich weiß, die anderen voll sind. Aber das Zweier sollte auf jeden Fall voll sein. Das Dreier weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber er holt sich sogar die andere Wurzel wieder. Das ist stark. Wie gesagt, da hätten wir auch zwei drauf klatschen können. Auch acht. Okay, wir warten es ab. Dauert mir zu lange. Die andere ist voll. Das heißt, wir haben einen 20er Stack. Den können wir zu Hause reinschmeißen. Wie gut ist. Während uns hier nicht dumm und dämlich denn die Beine in den Bauch stehen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir noch Ersatz Waffen? Also wenn, dann muss ich nur mit dem Feuerball fighten. Aber wie man hier sieht, der hat schon ordentlich Haltbarkeit verloren. Na gut, ich werde wohl oder übel dann mal rausgehen müssen und reparieren. Weil das kann ich ja machen. Wir haben es ja nicht eingestellt, dass der Bossfight resettet, wenn du rausgehst. Naja. Eisstab wäre auch noch cool. Ah. Aber da haben wir jetzt eben nicht genug Eutere, eigentlich gar keins. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ich gehe nicht genug Eutere, damit wir da wenigstens maximal equipped sind. Das klingt gut für mich. Oh man, da. 10 Eitere Maximal equipped Ja gut, natürlich könnt ihr jetzt noch Froststab machen Und da gibt es auch noch andere Sachen, glaube ich Also natürlich den Totenbeschwererstab Der gefällt mir aber überhaupt nicht Aber ansonsten ist fein 63 Rüstung ist gar nicht mal so bad Natürlich nicht optimal, aber nicht bad Gut Und lasst uns load slaying Und das geht The queen fight begins now. Now. Hello. Where are you, my girl? Oh. Wir gehen natürlich wieder ganz rauf. Ganz oben zu verhalten ist halt einfach am besten. Wow, ist es schnell. Madame, warum sind sie so schnell? Oder Charge? Ne? Ist da ein Window, wo ich angreifen kann? Ja. Oh, oh, oh. Müssen wir aufpassen, dass die Bubble nicht ausläuft. Ja. Die gute alte Cheese-Strategie. Die gute alte Cheese-Strategie. Well, you're my queen. Ja, ja. Ich glaube, ich sollte doch einfach für Burn-Damage gehen. Ich glaube, wir haben das Schlauesten. Das heißt, attacken. Burnen lassen. Das ist üblich, ja. Oh, shit. Okay. Ich glaube, wir haben die erste Ich bin tot, wenn sie mich einmal trifft, wahrscheinlich, gell. Ich würde aber schon gerne wissen, wie viel Damage ich mache, wenn ich mit den Messern rangehe. Wow, okay, teilt da ein Heep aus. Das ist cool. Die Kleinen sind ein bisschen lästig. Mach mal ein Schild kaputt, komm. Komm rauf, Süße. Oh, fucking shit. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das erwischt. Lade wegschauen. Wo ist die Süße denn? Ja, schon wieder. Okay. Dann sollen wir raufkommen, dann probieren wir es mal. Jetzt wird er abgetaucht. Jetzt kommen wieder ihre Diener. Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Come hier, der kleine Lestigen-Bassader. Ah Ich meine, es ist ja ein Nahkampf auch sehr easy eigentlich, oder? Oh Wie man jetzt gerade gesehen hat Ein paar gezielte Dodges Aber die spuckt halt immer ihre kleinen Bieste hierher Ja, ja Oh, okay Aha Wenn ich pariere, dann geht mein Schild kaputt Alles klar Oh Ah gut Damage-Wise Jetzt geht mir auch der Ausgeruht-Bub aus Das heißt, Ausdauermäßig müssen wir zum Lauf passen Stabmäßig, ja, wäre auch nicht schlecht Schauen macht die Armbrust an ihr Gibt es überhaupt Damage gemacht Wow Bro Den Charge habe ich hier schon vermisst Und Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dafür gibt es einen Haufen Gelee Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Block den Schlag für seine Queen Ja, nebengeballert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, Alektona! Danke fürs Prime! Welcome back! 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 Boing Servus Hier bekommen wir einen Haufen Gelee Ich mach dir mal den Charge und dann kriegt sie runter. Ah! Wir haben von Armbrust deinen Skill verloren, fuck! Das ist schlecht Jetzt Mädel, komm hoch, beenden wir es Geil, die Giftschleuder Was ist denn? Die alte Giftschleuder Deine Güter Die Giftschleuder Daher Die Giftschleuder Die Giftschleuder Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder eingebuddelt. Ah, ist er wieder nach unten gegangen, okay. Können wir das Inventar ein bisschen sortieren. Ich liebe den Feuerball gegen die kleinen Bastarde. Hey Mädel, da bist du ja. Ähm, ich bin mal wieder raus für Italienpacken, alles klar. Tschüss, daweil. Beziehungsweise man sieht sie mal wieder, man hört sich. So. Ein Schuss noch und dann verbrennt sie. Ui. Bye, bye. Ja. Das wär's jetzt gewesen, ne? Die Handwerkspresse. Das kann ich nicht aufheben. Amor. Trophy. Äh, wie viele Dinger von denen gibt's denn? Fünf, oder? GG. Von denen gibt's fünf, oder? Von der, von der Queen. Von den Handwerksmaterialen. Oder war da mehr? Mamor. Hupferschrott. Necro. Necro. Necrobob Bob, 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 Bob Boah, schaut fast so aus, als ob da nichts mehr wäre sonst Also jetzt werden es nur 5 gewesen sein Das war die Queen Ich habe natürlich die Cheese Strategie gespielt Wie gesagt Man kann aber, wenn ich die gute Rüstung gehabt hätte, plus Knochenwand Dann hätte ich sie ohne weiteres in Nahkampf fighten können Ordentlich Ausdauerpumpen und so, dann wäre es schon gegangen Aber ja, fast schon Gut, äh, Munin Gut gekämpft, Krieger Die Aufgabe wird für meinen Bruder und mich ein Festmahl abgeben Okay Aber es gibt noch Arbeit für deinen Arm Der Himmel über den Aschenlanden wird von dunklen Wolken geplagt Und der König regt dich auf seinem Bett aus Glut Bis heute hast du nur gezankt Nun musst du dich auf einen Krieg vorbereiten Okay Das ist mal eine Ansage, oder? Let's go, damit kann ich was anfangen Das ist mal eine Ansage Geil So Das war die Queen Ich hatte Spaß Koffe ich auch Besser wenig sogar, okay Ja Wir haben das Handwerksmaterial in der Tasche Das ist eine neue Station, wenn ich es richtig gesehen habe Äh Äh, das da Ein Handwerkspresse Handwerkstisch Verbesserung Oh, für das Zeug Alles klar Geil So Wir haben eine Bronzebahn Erstmal das ganze Zeug Wieder irgendwo reinwerfen Ordentlich Aber ist das eigentlich Ich hinterfrag's gar nicht Ich hinterfrag's gar nicht, was ich mir dabei denke So, Siegelbrächer hat einen Schlüssel Der verschwindet eh nicht Okay, ich dachte eigentlich, der verschwindet Aber gut Verhalten wir noch Ähm Halt dran Magier Das darf Fast So Das war ja ganz nice Auf jeden Fall Kommt jetzt dann Der richtige Shit Und da bin ich schon so gespannt drauf Ich sag's euch Jetzt kommt dann erst der richtige Shit Jetzt habe ich bald wieder den Marmor weggepackt Ja, Profi 5 Marmor 5 Marmor Was wird alles freigeschalten? Bin ganz gespannt Keramikplatte Mörderisch Aus Marmor Mechanische Feder Achso, das ist das andere Die hätte ich auch mal machen können Dann hätte ich die Die automatischen Geschütztürme machen können True Aber gut Wir brauchen mehr Marmor Wir brauchen mehr Marmor Mehr Schildkern Schildkern Dracar Dracar ist das neue Schiff, gell? Oh yeah Oh hell yeah Ich glaube wir brauchen gar nicht so viel Keramikplatten Aber erst zum Beispiel haben sie mal produziert Wir haben einen Kern, gell? Was ist das jetzt genau? Wo ist das jetzt genau? Ja Waterkern und Zürtlingkern Alles klar Schildkern Schildgenerator Kupfer und Eisen Ich glaube jetzt aber nicht, dass ich nur irgendwo Eisen habe, oder? Sei gegrüßt, Krieger Du hast ein Schild Hergestellt Ein Schild erlaubt es dir Gegen dich gerichteten Schaden zu blocken Wenn dein Timing genau passt Kann der Gegner auch parierter Aber pass auf Wenn du zu viele Angriffe parierst Gerätst du ins Taumel Die Menge an Schaden, die du blockst Bevor du taumel wirst Okay Danke für den Tipp Der was eigentlich grundlegend ist Und direkt als erstes beigebracht werden sollte Okay Danke Für die Zeitige Information Wir haben ganz wenig Ganz wenig Eisen Ganz, ganz wenig Aber es wird reichen Ich glaube jetzt wäre eigentlich mal so ein Zeitpunkt Wo du von her gehen sollte Noch mal alles neu Organisieren Was ist das? Das hier sollte alles fernhalten Was der Himmel dir entgegenwirft Okay Das ist halt gegen Feuerwegen Alles klar Benötigt Knochen Sind ja normale Knochen auch Ich glaube es hat geheißen Es ist jede Form von Knochen möglich, oder? Yes Cool Okay, und wir können das Schiff bauen 30 Keramikplatten 100 Eisennägel 50 Edelholz Ja, das haben wir Jetzt Kommt jetzt erstmal wieder hier rein Packen wir auch da rein Wobei Eitere Tränke besser wären Aner Tränke So 100 Nägel Boah Was für ein Teil Holy shit Ganz 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 Ein dezentes Stück Was Komm ich da raus? Hm Yeah Ich hab's verkehrt drum Auf Äh Danke Worte Profi Boah Decent Decent Anordentlicher Brummer Anordentlicher Brummer Anordentlicher Brummer Wow Wow Also über die Wendigkeit könnte man ein bisschen diskutieren So So Jetzt ist halt dann die Frage Was wir alles mitnehmen Im Endeffekt wäre es gut Das Boot Boot sein Vater Das Boot sein Vater So das heißt Wow Okay Das hat ein bisschen mehr Speed Hm Das hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Speed Als das kleine Das kann ich hier jetzt aber nicht zerstören Ja Das ist kacke Ich glaube das Boot lassen wir einfach mal da Jo Jetzt hängen wir die Trophäe mal auf Und wir haben den Schutzgenerator Und dann wäre es halt schlau Wenn ich irgendwie Materialien mitnehme Um direkt alle Handwerkstationen Alle Handwerkstationen unten aufzubauen Oder zumindest Dass ich halt hergehe Und viel Eisen Viel Kupfer Viel Bronze Dass ich den ganzen Ship einfach mitnehme Kürzere Abbauzeit Und erhöhte Erhöhte Eidregeneration Regeneration Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Kürzere Abbauzeit Heißt das ich Ich farme schneller Eisen Oder was? I guess Eidregeneration ist eh klar Mana bis zum geht nicht mehr Also ganz strong Ah schaut schon cool aus das Schiff Ganz dezent Böser Okay Okay Ich muss mal schauen Was wir hier alles haben Eisen Bronze Okay Also im Großen und Ganzen Braue ich eh nur Materialien Die ich Äh Nicht Teleportieren kann Der Rest ist hier komplett wurscht Das heißt also Ich baue hier nur Eisenbahn Oder halt Metallbahn Der Rest ist sowieso portable Der Rest ist sowieso portable Gut jetzt hat die Frage wie viel haben wir von dem Zeug da Aber ein ganzes Eisen ist eigentlich da wo ich es nicht haben will und zwar da oben Und wir müssen aber da hin Da habe ich ja überhaupt nichts mehr Zwar Arsch viel Kupfer Aber das war es dann Damn Könnt ihr natürlich einfach so den Hufen abbauen Ein Steinmetz mitnehmen Also die Handwerkstation so einfach mitnehmen Werkbank Was brauchen wir denn alles Verdammt Wir brauchen auf jeden Fall ein Portal Wir könnten Also wir nehmen ein Portal mit Wir nehmen auf jeden Fall mal 10 Holz mit Dann wäre es nicht schlecht wenn wir ein Ah das hat die Frage Wir sollten unten schmelzen würde ich behaupten Also unten wäre es ziemlich schlau wenn man da irgendwo was schmelzt 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 Wie immer Also ein Hochofen wäre gut mitnehmen Haben aber nur einen Was kostet denn ein Hochofen Der braucht 10 Eisen Aber vor Ort zu schmelzen ist halt sicher schlau oder Ich würde sagen wir packen den Hochofen mal ein Wir packen den Steinmetz mal ein Wir nehmen das mit Also die ganzen Schmelzen nehmen wir einfach mal mit Das war ein bisschen cringe falls ich dann drauf gehe aber ja Risk no fun Storage ist riesig das ist geil Ja gut der Schmelzofen an sich der wäre in einem Stein und Zürtlenkerne das wäre portable Das ist wieder cool Aber egal nehmen wir mit Auf jeden Fall kommt der da mit Der Shieldgenerator Kohle auch rein Wir bauen Holz Wir brauchen Holz Wir brauchen Edelholz Ich weiß nicht warum, aber wir brauchen es Ganz einfach Wird alles eingepackt hier Was kommt da rein Boah, wenn ich da irgendwo Sinke, dann bin ich traurig Das sage ich euch Stein Steine, falls wir schnell Irgendwas bauen müssen So quasi eine kleine Steinfestung Beziehungsweise das können wir auch mit Marmor Machen Nehmen wir mal eine gute Ladung Marmor mit Meine Muss man auch dazu sagen, wenn mal Wenn wir da unten irgendwo ein Portal sicher aufgestellt haben Dann können wir das Zeug auch ranholen Wäre nicht das Thema Aber was heißt, wir nehmen es mal so mit Dann brauchen wir noch Für die Reise auf jeden Fall ist Buffboot Hallo Hallo Wir hatten schon wieder meine Sch... WTF WTF Oh My bad Mein Fehler Ich bin ja 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 Wie würde ich fast sagen, Portal einpacken und Abfahrt, oder? Sieben. Froststab wäre noch cool gewesen. Ja, Froststab wäre noch ziemlich geil. Ja, gut, man kann nicht alles haben. So, ich bin mal kurz PC und nochmal ganz, ganz kurz AFK. Dann werden wir wahrscheinlich hier schon ablegen, weil ich würde jetzt nicht, was uns noch zurückhalten sollte. Oder was uns sonst noch fehlt. Ja, danke für das dann. 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 Ja. Also nochmal, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt nehmen wir noch ein Stück Buffwood mit, weil die Reise wird lang und da unten ohne Buffwood anzukommen, ist sicherlich nicht so schlau. Also, zusätzlich wird es wahrscheinlich empfehlen. Und da ist der Umhang halt auch ein bisschen so eine Sache, gell? Da ist der Umhang vielleicht auch nicht so schlau. Da ist der Umhang vielleicht auch nicht allzu schlau. Und da ist der Umhang vielleicht auch nicht so schlau. Ja. Ja. Und da ist der Umhang. Ja. 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 Wir haben den Schildgenerator. Das war das ganze Abenteuer. Ja. 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 Nervt mich nicht, kommt! Skelette sind das Kämpfen-Leid. Sie ist aber eh gut, wir brauchen ja Knochen auch für den Schild-Generator. Danke für die Knochen-Bros. Ich wollte mich ja nur freundlich daran erinnern, dass ich Knochen brauche. Ist das nett. Wie kriege ich das Scheiß-Schiff jetzt wieder da raus? Leicht tolle. Ah. Oh. 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 Was habe ich wie weit? Oh, das Schiff hat ordentlich Damage kassiert. Achso, wie weit? Wahrscheinlich. Du meinst das, oder? Ja, recht weit. Recht weit, würde ich sagen. Du bist nicht zu, Ash. Ja, ja, klar. Okay, derzeit stehen die Winde günstig, das könnte sich aber ändern. Ja, wollte ich gerade sagen, es wäre schlau gewesen, wenn ich Modder genommen hätte. Egal. Wir hoffen auf günstige Winde und Abfahrt. Ich hätte auch das Ganze unten aufbauen können, beim Uralten. Ja. Gute Reise, danke schön. Ich hätte das Schiff auch unten aufbauen können. Ist okay. Beim vierter und fünfter Gang wäre noch cool. Ja. 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 Musik Das ist schon ein ordentliches Schiff, gell? Ah! Die sind zu hoch gesprungen, Scheiße Ja, macht das ja das Pott Der Pott Der Pott macht auf jeden Fall was her, ja Alles Ding Hm Der Pott 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 ist lange da sind wir eine weile unterwegs da Man sieht aber, da kann ich nebenbei meinen Fuß wenigstens umklagen. Land in Sücht! Oh, 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 oh! Ey, aber das war doch... Ich hab doch getroffen! Achso, jetzt gehen. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! We're fighting! Lasst mal knapp. Oh, not even a contact. Easy, easy, easy. It's the moment. Er weiß, wann ich wieder mal dazukomme. Er weiß, wann ich wieder mal dazukomme. Wunderbar. 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 Musik Ich glaube gegen die Knochengerüste wäre es sogar schlau gewesen, Frostnah mitzunehmen, oder? Weil ich habe die Skelette ja schon gesehen Und ich denke mal Eisschaden und Schlagschaden werden da das Beste sein, oder? Beziehungsweise ist er kein Eisschaden, ist er glaube ich Geist, oder? Ne, ist Eisschaden Frostnah ist Eis Silber, Silberschwert ist Geist, genau Le Silberschwert Auf zu den Aschen landen Mmh Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe viel Hildi, Hildi habe ich noch nicht gefunden. Also ich habe auch nie wirklich danach gesucht, ehrlich gesagt. Aber ja, das sollte ich auch mal machen, ehrlich gesagt. Was macht denn Hildi überhaupt? Was kann die? Was bringt die? Okay. Sollte ich auf jeden Fall mal machen, ja. Stand sogar in meiner Agenda. Dafür bist du jetzt leider schon zu okay. Okay. Wieso, was wäre da gewesen? Oder was ist mit ihr? Hier gibt es ja eine Aufgabe. Ah, weh? 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 Ich muss Dinge für dich finden und zurückbringen. Okay. 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 ist eigentlich nett gemacht aber wenn man die zu spät findet ist es recht easy sehr gut aber man kann es ja trotzdem noch machen da hat es dann wahrscheinlich nicht mehr den reiz weil es zu leicht ist aber machen kann man es doch so weit sind wir recht fein unterwegs wahrscheinlich habe ich es jetzt verschrien aber kaum gesagt dreht der wind schon wieder aber sie recht positiv wir müssen ein bisschen um die insel rum fahren das passt recht gut wäre vielleicht gar kein fehler hier auf die insel zu gehen und ein paar goblins vermöbeln damit wir schwarzmetall mitnehmen können nur die frage ob wir es überhaupt brauchen auch Ja. Okay, das ist so eine Draugr-Stadt direkt neben meinem Goblinlager. Okay, interessante Nachbarschaft. Aber das Haupthaus sieht verdammt geil aus. Warte, was? Hä? Schau mal wie geil das Haupthaus ausschaut. Wir müssen näher an Land gehen, der Wind hat sich gedreht. Schau wie cool das Haupthaus ist. Schau mal 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 wie cool das Haupthaus ist. Da habe ich ein Loch reingeballert, sorry, my bad. Scheiß drauf, brauchen wir gar nichts außer Schwarzmetall. Da habe ich ein Loch reingeballert. Da habe ich ein Loch reingeballert. Da habe ich ein Loch reingeballert. Ah, ich bin nicht mehr ausgeruht. Deswegen ist die Mana Regeneration so bescheiden. Da habe ich ein Loch reingeballert. Da habe ich ein Loch reingeballert. Boom. Was? Da waren zwei Totems. Totems, Berlin, klein scheiß Bleckchen. Okay. Ja, nehmen wir mit. 21 Schwarzmetall kann man immer wieder brauchen. Ich glaube das war ganz gut, dass wir da zugekehrt sind. Das war ganz gut. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Jawoll. Die Winde sind auch wieder günstig. Die Winde sind auch wieder günstig. Dann wahrscheinlich eher nicht. Aber was man hat, hat man. Ja. 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 ida Ah, im Sumpf, da könnten wir auch wieder Eisen mitnehmen, Eisen wäre auch stark. Ich glaube früher oder später wird es mich eh so nerven, dass ich das einstelle, dass ich Metalle porten kann. Ich glaube, ich habe das einstelle, dass ich das einstelle, dass ich das einstelle, dass ich das einstelle. Und ich glaube, ich kann das einstelle, dass ich das einstelle, dass wir das anst Uneleutungs흥�azing Oh, shit, ciao. Ich habe auch den... Ah. Ah. Oh, lol, der Wind dreht sich mit uns. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gecheckt, dass die da ist. Oh, shit. 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 Ich bin guter Dinge. Ich glaube, der wird gleich mal drehen. I'm a believer. Er hat gedreht. Aber er ist gedreht. Hahaha. Die Winde stehen uns günstig. Das ist eine Sackgasse. Ich glaube, wir sollten rechts vom Stegeln. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Untertitelung. BR 2018 Okay, wir sind wieder auf Kurs. Wir sind wieder auf Kurs. Das ist natürlich unpraktisch. Ich sehe absolut gar nichts. Wir sind wieder auf Kurs. Also der Wind liebt uns derzeit, aber der Nebel nicht so. Da wäre wieder ein Goblinlager. Ich glaube, das sind immer Hops. Ich glaube, das nehmen wir Hops. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir das Schwarzmetall irgendwie. Okay. 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 Was ist das? Lestegarewski, doch. Geht halt nix, gell? Wollt's langerst machen. Geh nach Hause zu schlafen, weil in der Nacht bei den Nebel. Fuck you. In der Nacht bei diesen scheiß Nebel kannst du mich mal gerne haben. 322. Äh, 222. Ah, also. Ich finde das geil, dass sie beim Feuerball auch gestagert werden können. Holy shit, da drüben ist ein big, big boy. Ja, da drüben ist er. 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 Geil. Oh shit. Ja, da drüben ist er. Ja, da drüben ist er. Das war's. 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 Okay. Das war's. Nice. Das war's. Das war's. das war's. Nice. Das war's. 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 Komisch. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Oh. Das war's. 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 That war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt hat die Frage links oder rechts Schwierig Jetzt hat die Frage links Ablässern durchkommen Da ich mein gebündeltes Licht nicht dabei habe Ok 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 Maybe Endspurt Ok Keine Ahnung Wo das Gebiet anfängt Wir werden das so auf die Fresse bekommen Aber So 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 Lass mich einfach durch Entlasse mich aus deinen garstigen Klauen So 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 Wie eigentlich vorbeikommen Wir sind gleich da Wir sind gleich da Hoffe ich Hoffe ich Das fuß fassen wird jetzt echt extrem schwer werden Aber leider auch keine mana tränke dabei Also Eintrö Tränke Irgendwie so hybrid mäßig unterwegs Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Es wird auch Nacht ja hervorragend hervorragend Oh Oh Da erinnert sich das Meer Okay 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 Ab jetzt gilt's Uh Asche lande Bubble Bubble Let's go Jetzt kriegen wir auf die Presse Ah cool Komm ich doch nie durch oder? Wupp 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 Wellengang was? Ok Wupp 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 Ok Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Komischer Vogel Wupp Wo wir noch bekommen? Tänchen Geil Ja, ich habe keine Zeit, Eugene Ich muss mich da irgendwie durchkämpfen Uh, da vorne ist sogar schon Da vorne können wir sogar schon an Land gehen, oder wie? Noch mal zurück, zurück Zurück, zurück, zurück Da drüben ist glaube ich noch eine günstigere Position Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, aber ja Oh Ist auf jeden Fall heiß hier Da drüben Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Wild, 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 wild. Wild, 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 wild. Wild, wild, wild. Wild, wild. Wild, wild. okay das begrüßungskomitee ach du scheiße okay ich stehe nicht so drauf wenn man ein portal herstellt was boy Die hat nicht ausgeruht, gell? Die hat nicht ausgeruht, gell? Werden da gefressen? Was ist denn? Ok 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 Oh, ist das? Ascheholz Verkohlter Pfeil, verkohlter Bolzen Und noch mehr Stuff Oh Weißt du was? Mit dem Schwung habe ich jetzt nicht kommen sehen Was ne Combo Attack Ah, du Bastard Ja Eat Fireball Ok 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 Da oben war hier etwas Interessantes Das Rauchwölkchen Ok Ok Ein Portal haben sie zerstört, das fanden sie nicht so geil Ok Einen Bolzen in den Arsch finden sie auch nicht so geil Der überlebt das zwar Der überlebt nochmal Das ist der Nahkämpfer, gell? Wow Wow So ist tanky Wow So ist tanky Ich habe so das Gefühl, dass sie nicht so drauf stehen, wenn du ein Portal irgendwo aufstellst Ich verstehst Oh Ok WTF WTF Holy shit Was ist das für eine Abomination Sehr unsympathisch hier? Sehr, sehr unsympathisch soweit Ich brauche das Mana für Ist das ein Big Boy? Ne Okay Normal Boy Normal Boy Okay 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 Mit Mit One Star? Ne gut, das brauchen wir jetzt natürlich auch Das war ein kleiner Single Dingle One Star Die kleinsten Kacker ist schon mal gut Was ist das? 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 Du bist die Magie ist easy-mode in Ashlands. Leider habe ich noch keine gute Waffe. Also sobald ich wieder als richtige Equip habe, werde ich wahrscheinlich hier wieder auf Nahkampf umswitchen, aber... ...hab ich noch nicht. Das haben wir noch nicht. In erster Linie müssen wir mal schauen, was wir jetzt an was bauen können. Das ist die Frage... Palisadenwall. Ich glaube, da werden wir uns gleich mal sowas bauen. Damit wir halbwegs safe sind. Achso. Was haben wir denn hier? Ist da eigentlich irgendwas neu? Schaut erstmal nicht so aus. Aber da ist einiges neu. Ascheholzwand, Aschetreppe. Da ist nix. Da ist maybe auch was. Ja, eine Bank. Wow, krass. Na gut, schauen wir mal. Starved by the Ises. Zu wenig Eitere. Voll. Oh, Panah. Jetzt ist schon 22. Null. Hä? Warum Null? Was ist mit dir? Scheiß Zappsäule. Okay, die Abomination da, die war mir auch nicht mehr egal, gell? Die da so hergeslidet kam. Wenn du die ins Gesicht springst, dann hast du sie ja weh. Aber sie haben zumindest mal mein Schiff nicht zerstört. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ich hätte ja gedacht, dass da mein... ...mein Schiffchen gleich mal... ...ja... ...kabbutojeto ist. Und da rein, haben wir das Harz rein, gehen wir pennen. Dann ist die Nacht mal vorbei. Und dann versuchen wir irgendwie drüben Fuß zu fassen, wie gesagt. Äh, im Sinne von... ...mein Basis bauen. Eine kleine... ...eines nach dem anderen, gell? Ja gut, jetzt bräuchte ich eigentlich wieder neue Kisten, gell? Okay, das ist essbar. Ja, das wird jetzt alles mal da... ...Schwefel, okay. Rüssel... ...Russ... ...Bitpulver. Das ist jetzt großes Potenzial. Rauchwölkchen. Holzkohle. Harz. ...Köre. Sand. Nice. Das ist gut. Hier eitere, erhöhte Zeit, sehen es nicht aus. Ich kann meinen Stab auch so benutzen. Okay. Wollen wir noch rein. Gott sei Dank spürt er mich fast, was? Oh, shit. Oh, shit. Geil. Geile Stimmung hier. Geil. 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 wenn ein wasser ins wasser reinfliegt dann stirbt er okay wie ist die lage jeden fall interessant hey bum bum hat er gerade seinen partner der hat seinen skelettpartner gekillt job made es scheint als ob wir hier vielleicht mal so eine art zwischen base bauen könnten um fuß zu fassen dementsprechend brauche ich jetzt aber den generator und den restlichen shit wieder so ein skelettpartner für stein werde ich wahrscheinlich steinmet brauchen ja of course so Of course baue ich den Stein mit Tonische Säule, kleine Säule Grausteinwandboden Ok So ich habe eine Idee Schauen wie stabil das Zeug ist So 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 mir gerade sagen wolltest eigentlich ist es ja gut es muss ja nur mal auf die schnelle etwas daher gezimmert sein wenn es einbricht dann bricht es ein das sollte doch stützend sein hier ja mal mehr von den stone die frage jetzt die question hier abwarmen per lärm stehen sie nicht so nice wow so sympathisch hier ja 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 na 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 ja Das ist wirklich ein Weirer da, too. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, bro Okay, chill Ich glaube ein fetter Hammer wäre hier die Antwort Ein richtig, richtig fetter Hammer wäre hier glaube ich die Antwort Mit vernünftiger Rüstung und ja Anständig Buffboot Ich glaube das wäre der Shit Okay, aber solange mein Portal noch steht, ist alles gut Wenn es nicht mehr steht, dann bin ich wahnsinnig traurig Was ihr jetzt wirklich habt Mixer Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? ich hatte da alles ja okay also ich muss sagen auf jeden fall ist sehr interessant fuß zu fassen hier und da muss mir noch etwas überlegen also vor allem werde ich mal eine anständige defense brauchen weil sonst geht hier gar nix dementsprechend werde ich es für heute ausnahmsweise mal gut sein lassen weil es doch schon zehn stunden sind und ich gestern eh lange auf war ja das passt schon wir sind in ashlands angekommen wir haben die queen gekillt das ist schon mal sehr positiv würde ich sagen kann man noch mal kurz und zwar dass da er und als ich bin ehrlich gesagt voll dafür dass ich mich in den nahkampf begebe mit dem boys weil ich glaube nahkampf ist hier wirklich der shit natürlich brauche ich da auch zuerst mal wie eine vernünftige rüstung vernünftige rüstung eventuell knochenwanst das sollte das eigentlich nicht mehr so das thema sein weiß gerade noch so schön ist werden wir jetzt mal hergehen und den mage staff noch upgraden in als stadt und 20 komisch ich glaube dafür haben wir genug materialien gg in fall gg aber es war nice also ich habe eigentlich alles das erreicht passieren wollte und wir wir haben zumindest mal ein portal drüben stehen okay das ist ja auch schon etwas sitzt natürlich nicht die welt aber auch packio kom ein 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 jüdrasil ein Hölzchen fuck, da kommen ein paar Suha so, damit ist der Stab auch fully upgradet im Prinzip haben wir das ganze Mage Zeug, das wir brauchen und auf max level also nice oh shit oh shit well hat meine Bubble gerade so einen Angriff von denen getankt wow strong ok also Mage Staff hat es auf jeden Fall in sich der Eistab ist in den Aschenlanden halt auch ziemlich hilfreich weil ja rost, slow und so damit werden wir ein bisschen handle das ganze den Rest müssen wir schauen wie wir es machen vor allem wie gesagt eine kleine Basis muss ich bauen wo ich meine Sachen unterbringen kann und das muss halt gut verteidigt sein also ich denke da schon dass wir da anständig Palisaden brauchen weil mit den Steinwänden alleine hat man jetzt gesehen das ist nicht unbedingt ja, hält nicht so viel aus Kohle brauchen wir nicht wirklich da drüben weil da werden wir eh zugemüllt mit Kohle und wenn dann haben wir sie zuhause und dann holen wir sie eben schnell Holz kann man dann mitnehmen das lassen wir mal in der Täsch zu den Hühnern schaue ich jetzt erstmal nicht mehr brauchen wir jetzt da aber nicht ist dann nur mal Ascherlande attraktiv ja gut wie gesagt ich fand es gut es ging was weiter und 10 Stunden ist es auch geworden fast 10,5 das passt glaube ich da können wir zuschauen da können wir reinschauen ich wünsche euch einen angenehmen Sonntagabend oder zwischen Mitternacht eigentlich ja einen schönen Start in die neue Woche passt auch nicht auf bleibt gesund und man sieht sich mal wieder Dankeschön und bye